So, meine Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Online-Studienkreis Germanische Heilkunde von Dr. Metricke-Gerd Hamer, der uns leider am 2. Juli verlassen hat, aber sein Vermächtnis lebt in uns weiter. Er hat ja entdeckt, wie unser Körper funktioniert und meiner Meinung nach gibt es gar kein wichtigeres Wissen. Und deshalb wird Dr. Hamer mit ziemlicher Sicherheit zu den Unsterblichen zählen, weil Generationen von Menschen es ihm danken werden. Meine Zielgruppe mit meinen Vorträgen ist nicht der Patient, weil das, was er bräuchte, kann ich ihm nicht geben. Und das, was ich ihm geben kann, hätte er selber auch lernen können. Und er ist in Panik und dem Ertrinkenden ist Schwimmen beizubringen, das gelingt nur in den seltensten Fällen. Wir bräuchten auch die Legalität. Mach es mal, ist eine Notfalloperation notwendig. Haben wir nicht, müssen wir den Patienten in die Klinik schicken und dort läuft Panik, Mache, Chemo und Morphium. Und für unsere Kinder ist sowieso Chemopflicht. Und deshalb ist meine Zielgruppe der Interessierte, der Gesunde. Ich suche mir Mitstreiter. Dieses Wissen muss zur Allgemeinbildung zählen. Das gehört in den Biologieunterricht. Jede Mutter muss wissen, wie die Neurotermitis beim Kind funktioniert. Und für die Therapeuten gehört das natürlich an die Universität. An Therapeuten kann man unmöglich in Trockenseminaren ausbilden. Den muss man an Patienten ausbilden. Und das war ja Dr. Hammer verboten. Es war ihm ja auch das Praktizieren verboten. Es ist ja uns, die germanische Heilkunde, verboten. Also für den Therapeuten. Und was die Therapeuten da tun, die sagen, sie würden Hammer praktizieren. Also ich weiß nicht, ich würde nicht hinlaufen. Unser heutiges Thema, der Knochen. Das spielt sich in der orangen Gruppe ab. Bindegewebe, der Selbstwerteinbruch. Und wie gewohnt eine Grundlagenwiederholung für die Neuen. Worum geht es in der germanischen? Es geht um die Krankheitsursache und damit um die ursächliche Therapie. Wobei heilen kann sie nur der Körper selber. Und in den seltensten Fällen bräuchten wir halt notfalls Medizin. Aber dann brauche ich wirklich den Chirurgen. Da brauche ich keine Globuli und da brauche ich auch keine Ernährungsumstellung. Und die Ursache für die Krankheiten, die von sich aus entstehen, ist monokausal der biologische Konfliktschock. Eine Angelegenheit für einen Augenblick. Er ist immer hoch akut dramatisch. Es betrifft mich. Es geht mir nicht am Arsch vorbei. Isolativ empfunden. In der Sekunde kann ich mich nicht mitteilen, nicht ausheulen. Und am falschen Fuß erwischt. Ich habe es nicht kaum ansehen. Schauen Sie einen Menschen ins Gesicht, der einen Schock hat. Der reißt Augen, Mund, Ohren auf. Er kriegt den Bissen nicht runter. Er ist hellwach. Er hat eiskolte Hände. Und das ist die Ursache für Darmkrebs, Brustkrebs, Knochenkrebs, Herzinfarkt, die Allergie, die Psychosen. Und monokausal und damit auch überprüfbar. Und Hermes ist bis dato nicht widerlegt worden. Er ist nur von den Medien diskriminiert worden, niedergemacht worden zu ihrem Schaden. Und das, was ich in der Sekunde assoziiere, habe ich da einen Ärger, habe ich den Hermeschen Herd im Stammhirn und ich reagiere mit dem Darm. Habe ich da eine Besudelung, habe ich den Hermeschen Herd im Kleinhirn und ich reagiere zum Beispiel mit dem Melanom. Habe ich einen Selbstwerteinbruch, habe ich den Hermeschen Herd im Aklag und ich reagiere mit dem Knochen. Habe ich einen Trennungskonflikt, habe ich den Hermeschen Herd in der Gehirnrinde und ich reagiere mit Neurodermitis oder mit Fieberblase oder mit Warzer. Dieses Assoziieren, das haben wir mit dem Tier gemeinsam oder auch mit dem Kleinkind, mit dem Baby, mit dem Ungeborenen. Natürlich kann auch das Ungeborene bereits Schockmomente erleben, erleiden. Einfach aus dem Grund, weil wir allesamt miteinander verwandt sind. Also wir Menschen sind nicht nur mit dem Affen verwandt, sondern auch mit den Mikroben, mit den Insekten, mit den Pflanzen. Wir finden ja auch die Hermeschen Herde im Fell des Tieres an den Blättern der Pflanzen. Das Leben hat begonnen im Urmeer mit einem Einzeller. Daraus haben sich die ganzen Gattungen und Arten entwickelt und wir haben eine gemeinsame Sprache. Und diese biologische Sprache, wir haben viele Redemendungen, die den Nagel auf den Kopf treffen. Wenn ich zum Beispiel sage, das liegt mein Magen oder das habe ich nicht durchstehen können oder du hast mir das Herz gebrochen. Oft muss man ja dem Patienten nur genau zuhören, welche Worte verwendet er. Mit seinen Worten gehen sie in die Diagnosetabelle und dann wissen sie, was bei ihm Sache ist. Und unser Vorfahre, das war so ein ringförmiges, wurmähnliches Wesen. Er lebte im Urmeer, das Gewebe war die gelbe Gruppe, Drüsengewebe, das Entoderm. Und das Hirn war das Stammhirn und sein Konfliktpotenzial war der Brocken. Ich kriege den Brocken nicht zu fassen, ich kann ihn nicht schlucken, er liegt mir im Magen, ich kann ihn nicht ausscheiden. Und wir haben von unserem Vorfahren alles geerbt. Diese Programme machen in der aktiven Phase Zellvermehrung, dadurch eine Funktionsverstärkung, mehr Schleim, damit der Brocken besser rein- oder rausflutscht oder mehr Verdauungssäfte, um den festsitzenden Brocken abdauen zu können. Das heißt, die Natur hat damit gerechnet, dass wir einmal zu gierig an so einen Knochen runterwürgen und der liegt jetzt da quer. Und jetzt geht nichts mehr weiter. Das ist jetzt der biologische Konfliktschock, hoch akut, isolativ am falschen Fuß. Und ein Stück mundwärts kommt der Blumenkohl-artiger Tumor, der literweise Verdauungssäfte produziert, um diesen festsitzenden Brocken abzutauen. Und was wir heute verstehen lernen müssen, ist dieses Assoziieren. Beim Tier geht es um den realen Nahrungsbrocken, bei uns Menschen im übertragenen Sinne um den Ärger mit den Nachbarn. In beiden Fällen, das ist es selbe im Prinzip. Der Ärger, den er nicht wegkriegt. Und in beiden Fällen kommt jetzt der Blumenkohl-artiger Tumor. Und das ist der Sinn, das ist die Therapie der Natur, um das Problem zu lösen. Es ist ja nicht das Symptom des Problems der Darmkrebs, sondern primär der Ärger mit den Nachbarn. Und dort müssen wir ansetzen, ursächlich. Und wenn ich die Ursache ausräume, dann stoppt die Zellteilung. Und dann komme ich in die Erholungsphase, in die Heilungsphase. Jetzt schaltet mein Hirn die zugehörigen Chirurgen an, die Mikroben. Und jetzt wird der Darmkrebs, der Leberkrebs, der Prostata, das Bauchspeicheldrüsenkarzinom tuberkulös verkäsen, nekrotisierend, zerfallend abgebaut. Das geht natürlich auch einher mit entsprechenden Heilungsphasensymptomen. Und solange ich konfliktaktiv war, solange werde ich in der Heilungsphase sein. Und am Ende der Heilung ist das Symptom weg. Das heißt, die Natur hat uns auch eine Therapie für Symptomeinprogrammiert. Und das sind die Chirurgen, die Mikroben. Das sind nicht unsere Feinde, sondern unsere Symbionten, die Müllmänner. Die räumen dann quasi wieder auf. Und am Ende der Heilung bin ich wieder gesund. Ich bin auch schulmedizinisch gesund. Dann hat das Tierchen das Land erobert, benötigte zusätzliche Organe, die inneren Häute, um sich gegen spitze Steine zu schützen. Zusätzliches Hirn, das Kleinhirn. Und da geht es um die Verletzung meiner Integrität. Eben Verunstaltungen, Besudelungen. Und die Programme machen jetzt ebenfalls in der aktiven Phase Zellvermehrung, beim Bauchfell das Mesotheliom oder bei der Lederhaut das Melanom, um mich zu schützen. Das ist der Sinn. Und das ist nicht das Symptom des Problems, sondern die Besudelung ist das Problem. Die Attacke ist das Problem. Dort muss ich ansetzen, wenn ich dem Patienten helfe oder wenn ich schaffe, meinen Attackekonflikt zu lösen, dann stoppt die Zellteilung. Jetzt brauche ich ja die Funktionsverstärkung nicht mehr. In der Heilung wird das Tuberkulös abgebaut und am Ende der Heilung ist das Symptom weg. Und wie gesagt, ich bin auch schulmedizinisch gesund. Dann benötigt das Tierchen ein Bewegungsapparat, Knochen, Sehnen, Knorpel, Muskeln. Und hier ist der Sitz des Selbstwerts. Ein zusätzliches Hirn des Marklagers. Und Achtung, jetzt sind wir im Großhirn. Und die Programme machen in der aktiven Phase nicht Zellvermehrung, sondern Zellschwund. Beim Bindegewebe nennt man das Nekrosen, beim Knochen Osteolysen. Wenn ich in der Natur einen Selbseiteinbruch nicht lösen kann, irgendwann reißt die Sehne, irgendwann bricht der Knochen und dann bin ich Beutetier. Also hier hilft die Natur nicht gleich. Da muss ich erst den Selbseiteinbruch lösen. In der Heilung, die zugehörigen Mikroben sind die Bakterien. Die helfen mit, die Löcher und der Schwellung wieder aufzufüllen. Das tut natürlich weh. Und am Ende der Heilung geht die Schwellung zurück. Und am Ende der Heilung bleibt aber der Knochen stärker, die Sehne, ein Leben lang, dass das nicht mehr so leicht passiert. Also hier ist die Therapie der Natur erst am Ende der Heilung, aber dafür gleich ein Leben lang. Das komplexeste Hirn ist unser jüngstes Gehirn, die Gehirnrinde. Die steuert das Plattenepidel und die Funktionsausfälle. Da haben wir zwei große Themen, Trennung und Revier. Trennung geht auf die äußere Haut, Neurodermitis und so weiter. Und Revier, da geht es darum, die Rangordnung zu konstruieren. Das macht die Natur über Konflikte, der klassische Revierkampf. Aber so wie die Firma. Die Firma braucht ja auch einen Chef und jede Menge Mitarbeiter. Und wenn das einmal nicht klar ist, wenn einmal ein Mitarbeiter nicht spurt, dann muss der Chef mit der Faust auf den Tisch schlagen, damit es funktioniert. Es geht auch um die Fortpflanzung. Es darf immer nur der Stärkste seine Gene weitergeben. Und das konstruiert die Natur über Konflikte. Und hier haben wir ebenfalls den biologischen Sinn, die Therapie der Natur wieder in der aktiven Phase durch Zellminus eine Funktionsverstärkung zu erreichen. Also wenn ich zum Beispiel eine Revierangst habe, dann ulzeriert, also Zellminus, die Bronchialschleimhaut. Das Lungen wird größer, ich kriege mehr Luft in die Lunge und kann besser reagieren. Ich habe dadurch eine Funktionsverstärkung. Und in der Heilung wird das Plattenipithelunterschwellung repariert. Dann habe ich die Bronchitis. Aber ohne Mikroben und die Viren gibt es gar nicht. Und am Ende der Heilung ist das Symptom weg. Aber der Sinn war die aktive Phase. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die macht weder Zellplus noch Zellminus, sondern Funktionsausfall. Und das nennt haben wir auch Krebsähnlich oder Krebsäquivalent. Das ist zum Beispiel der Diabetes. Da wird kein Insulin produziert. Die Ursache ist der Sträubekonflikt. Ich sträube mich gegen den Vorgesetzten. Jetzt steigt der Zucker. Jetzt habe ich mehr Energie, um mich erfolgreicher sträuben zu können. Und wenn ich den Konflikt löse, in der Heilung normalisiert sich dann der Blutzucker. Und wenn man das eben so aus der Entwicklungsgeschichte heraus betrachtet, dann ergibt die Sache einen biologischen Sinn. Das wird in sich schlüssig, in sich rund. Keinblatt verwandte Organe haben keinblatt verwandt ihre Konflikte, ihr Hirnrelais, ihr Verhalten, ihren biologischen Sinn, ihre Mikroben, ihre Krisen. Und die muss man in der germanischen Heilkunde nicht alles merken. Es gibt ein paar rote Fäden. Wenn ich die gefunden habe, kann man vieles ableiten. Wenn ich zum Beispiel das Gewebe weiß, und es gibt das Drüsen, drüsenähnlich, Bindegewebe, Plattenepidil, mehr gibt es ja nicht, dann weiß ich, nach welchen Konflikt ich suchen muss. Das Bindegewebe ist ein Selbstweiteeinbruch. Je nach Händigkeit kann ich sagen, mit Partner oder Mutter, Kind. Und ich weiß sogar, ob der Konflikt aktiv oder gelöst ist. Also eine Sehne, die reißt, da ist der Konflikt aktiv. Während die Sehnen scheiden Entzündung, Entzündung ist immer Heilung, der hat den Konflikt lösen können. Mit Partner oder Mutter, Kind. Und ich weiß ja auch, wann ich suchen muss, dort wo die Symptome begonnen haben. Um diesen Schockmoment, um die Ursache dingfest zu machen. Und erst wenn ich weiß, ach das war mit der Schwiegermutter, dann weiß ich mich klug auch zu verhalten, dass ich da nicht nachher mal rein stolpere in die ganze Geschichte. Und Dr. Ham ist es eben gelungen, mit fünf Naturgesetzen die komplette Medizin zu beschreiben. Das erste Gesetz beschreibt die Ursache. Jedes Sonderprogramm startet mit einem Konflikt. Schock, hoch akut, isolativ am falschen Fuß. Mit dem Schock schaltet unser Vegetativum sofort um auf Dauerstress. Ich habe kalte Hände, ich habe keinen Appetit, ich habe Einschlaf- und Durchschlafstörungen. Auf der Psyche habe ich Zwangsdenken, mein Hirn sucht eine Lösung für das Problem. Ich träume meine Konflikte. Ich bin quasi mit jeder Faser meines Körpers ausgerichtet auf Konfliktlösung. Ich gebe so lange keinen Hut, bis mir der Stein von der Seele fällt. Und das, was ich in dem Moment assoziiere, bestimmt das Sonderprogramm. Habe ich da einen Ärger, habe ich den Hammer schnell im Stammhirn, ich reagiere mit dem Darm. Habe ich eine Besudelung im Kleinhirn, ich reagiere mit der Lederhaut. Habe ich einen Selbstwert-Einbruch, habe ich den Hammer schnell im Marklager. Ich reagiere mit Zell- beim Knochen. Habe ich einen Revierkonflikt, habe ich den Hammer schnell in der Gehirnrinde. Ich reagiere mit Zell- beim Plattenepithel. Und zwar so lange, bis die Ursache gelöst ist. Und wenn ich die Ursache nicht löse und nur das Symptom wegschneide, irgendwann kommt das Symptom wieder. Der Patient kommt ja auch in keine Erholungsphase. Er bleibt ja weiter im Stress, er isst nicht, er schläft nicht. Und irgendwann ist die Batterie leer und er stirbt eine Auszehrung. Also ich muss auf Naturgesetze aufbauen, um therapeutisch erfolgreich sein zu können. Und meist ist schon die aktive Phase die Therapie der Natur. Das fünfte Gesetz beschreibt den biologischen Sinn. Die Natur macht gar nichts Böses. Das sind die Ewiggestrigen. Die glauben gut und böse. Das gibt es gar nicht in der Natur. Ist taggutartig, nachtböse. Das ist ja Aberglaube. Aber das ist halt ein lukratives Geschäft. Man kann da den Leuten Angst machen. Die Schulmedizin betreibt ja das Geschäft mit der Angst. In Wirklichkeit macht die Natur immer nur etwas Sinnvolles. Und wenn wir Menschen sind ja Teil der Natur. Passiert irgendwas in meinem Körper? So ist das nicht gut oder böse. Sondern wir alle sind in der Natur sinnvoll. Wir haben es halt nur noch nicht verstanden. Und jetzt mit Hamer verstehen wir die Programme. Und können eben ursächlich vorgehen. Meist liegt das Sinn in der aktiven Phase. Gerade bei unserem heutigen Thema. Erst am Ende der Heilung. Aber dafür gleich ein Leben lang. Bleibt dann der Knochen stärker. Damit es nicht mehr so leicht passiert. So wie beim Knochenbruch. Am Ende der Heilung ist die Bruchstelle dichter, stärker, ein Leben lang. Erst mit der Konfliktlösung stoppt die Zellteilung. Stoppt der Zellschwund und kehrt die Funktion wieder. Also das zweite Gesetz beschreibt die Lösung. Das erste die Ursache. Das zweite die Lösung. Das sind die wichtigsten Naturgesetze. Und die hat Hamer 81 entdeckt. Und wird seit damals unterdrückt. Und es ist ein Milliardengeschäft. Sie wissen ja, Krebs, die Pharma, das ist ja ein Milliardengeschäft. Und das wollen sie die Herrschaften nicht wegnehmen lassen. Auf unsere Kosten. Wir sind ja die, die das finanzieren. Wir sind die, die leiden. Und wie sind die, die unterschreiben. Also die putzen sich ab. Und sagen ja, ihr habt es ja sehr, sehr haben wollen. Und verarschen uns von frühmorgens bis spät abends. Und erst jetzt komme ich in die Erholungsphase. Und solange ich konfliktaktiv war, solange bin ich in der Heilung. Und jetzt sehen Sie schon, wenn ich einen Tag konfliktaktiv war, habe ich einen Tag Heilung. Ja, ich meine, das erwähne ich wahrscheinlich gar nicht. Aber wenn ich eine Woche konfliktaktiv war, jetzt egal mit welchem Programm, ob das der Darm ist, ob das die Lederhaut ist oder der Knochen, dann bin ich eine Woche in der Heilung. Und das ist halt, dann bin ich krank. Dann habe ich die Grippe. Wenn ich aber drei Monate konfliktaktiv bin, dann bin ich drei Monate in der Heilung. Jetzt bin ich damit sechs Monate befasst. Also da komme ich mit der Diagnose Grippe nimmer durch. Da brauche ich eine Krankmeldung. Und dann muss ich zum Schulmediziner. Und der stellt mir halt die Krebsdiagnose. Jetzt egal, ob das der Darm, der Brust, der Knochen ist. Bei sechs Monaten, da habe ich meine Krebsdiagnose. Also Sie sehen, es hängt nur von der Konfliktmasse ab. Und so gesehen hatten wir alle zusammen die Programme ja schon im Dutzend am Laufen. Und jetzt in der Heilungsphase wird wieder gefuttert, wieder geschlafen. Aber jetzt falle ich zusehends in die tiefe Vagotonie. Jetzt wird alles unter Schwellung, tuberkulös abgebaut, unter Schwellung aufgefüllt. Ja, die Schwellungen werden mehr im Hirn, entsteht das Ödem. Der Hamasche Herd war bisher schießscheibenförmig. Jetzt wird Ödem eingelagert. Das ist ein raumfordernder Prozess. Jetzt habe ich einen Druck im Hirn und wird es schlimmer, schlimmer, schlimmer. Und da laufen halt die meisten dann zum Schulmediziner, zum Heilpraktiker, zum Geisteiler, zum Ernährungsapostel. Und um das in die Vagotonie-Fallen zu stoppen, hat die Natur die Krisen eingebaut. Mit Schwung wird der Patient wieder Richtung Gesundheit buxiert. Die Krise ist immer Hirnsymptom. Und die vom Stammhirn, Kleinhirn, Marklager, sind nicht sonderlich auffallend. Und man ist kalt. Ja, Engstellung der Gefäße, man ist kalt. Das ist in der Gehirnrinde auch. Aber da haben wir zusätzlich noch die Absence, da haben wir die Epilepsie, da haben wir einen Herzinfarkt, Die Lungenembolitis, die Migräne, das sind halt so die auffallenden Krisen. Der kritische Punkt liegt immer nach der Krise. Also wenn die zu schwach war oder wenn die Konfliktmasse zu groß war, sterben tut man in der tiefsten Vagotonie. Beziehungsweise die frühen Ärzte sagten an der Stelle hier, jetzt ist über dem Berg. Also die Krise war der Berg. Und am Ende der Heilung habe ich wieder meinen normalen Tag-Nacht-Rhythmus. Ja, da bin ich quasi Dauer-Tag und da bin ich dann Dauer-Nacht. Und da haben wir unseren normalen Tag-Nacht-Rhythmus. Und ich bin gesund. Und mit der Konfliktlösung schaltet mein Hirn die Chirurgen an. Und die brauche ich eben als Müllmänner. Die müssen jetzt den Darmkrebs wegräumen, das Melanom wegräumen. Beim Knochen brauche ich die Bakterien, die mir die Löcher wieder auffüllen. Und das Plattenepithel wird auch unter Schwellung wieder aufgefüllt. Aber ohne Mikroben, die Viren gibt es gar nicht. Und am Ende der Heilung ziehen sie sich wieder zurück und sind auch pathogen. Pathogen sind sie nur in der Heilung. Aber nur auf unseren Befehl hin. Wenn ich den Konflikt nicht löse, arbeiten keine Mikroben. Alles was chronisch verläuft, läuft über China. Der Mensch im Schock, der die Augen aufreißt, der macht sein Hirn wie ein Fotoapparat-Knips. Alles was irgendwie relevant ist, wird da abgespeichert. Die Sinneseindrücke. Wenn er da Milch trinkt, speichert sich die Milch ab. Er beißt in den Apfel, speichert sich der Apfel ab als China, als Allergie. Und die Schiene, das ist eine Art Frühwarnsystem, ein Echoloder, Radar. So, piep, piep, piep. Achtung, damals hast du auch die Milch trunken oder in den Apfel bissen. Und dann startet unser Körper schon im Vorfeld das Sonderprogramm, was mir helfen soll, mit dem Problem fertig zu werden. Ab jetzt reagiere ich dann allergisch auf Milch oder auf Apfel. Habe ich dann mit Ärger reagiert? Reagiere ich halt allergisch auf Milch oder Apfel mit dem Darm? Habe ich dann mit Verunstaltung reagiert? Reagiere ich jetzt allergisch auf Milch oder Apfel mit der Lederhaut? Habe ich dann mit Selbstweiteinbruch reagiert? Reagiere ich allergisch auf Milch, Apfel mit dem Knochen? Also immer mit dem Urprogramm. Oft heißt er hat eine Allergie. Okay, Milchallergie. Okay, gut. Aber womit reagiert er? Mit dem Knochen? Dann hat er einen Selbstweiteinbruch erlitten. Oder mit dem Darm? Das war ein Ärger. Oder mit der Haut? Das war eine Trennung. Auf Schiene kommen heißt, es müssen nicht mehr die drei Kriterien erfüllt sein, es reicht die Milch zu trinken. Und ich habe ein Rezidiv. Und es fängt alles wieder von vorne an. Der Hamersche Herd kommt wieder, die Althirnprogramme machen wieder Zell plus, Zell minus Funktionsausfall, so lange bis die Milch verdaut ist. Dann komme ich wieder in die Heilungsphase. Jetzt wird es wieder abgebaut, aufgefüllt. Und am Ende der Heilung bin ich wieder gesund. So lange bis ich wieder Milch trinke, bis ich wieder auf die Schiene komme. Also alles was chronisch verläuft, läuft über Schienen. Und auch jede Schiene zeigt hin zum Konflikt. Hoch akut, isolativ am falschen Fuß. Und ein Konflikt ist dann gelöst, wenn es nicht mehr passieren kann. Oder wenn ich darüber lachen kann. Oder wenn ich die Aktien rausbekommen habe, dass mir das Thema am Arsch vorbeigeht. Dann bin ich gesund. Dann lösen sich die Schienen auf, dann bin ich gesund. Aber solange ich nicht darüber lachen kann, so lange wirkt dieses Frühwarnsystem. Und jetzt hängt es halt davon ab, wie oft komme ich auf die Schiene. Einmal im Monat für eine Stunde? Oder jeden Tag mehrfach? Oder komme ich überhaupt nicht runter von der Schiene? Dann bin ich hängend aktiv. Also beim Knochen hängend aktiv, das wäre die Anämie, das wäre die Osteoporose, das wäre Knochenkrebs. Die hängende Heilung wäre die chronische Leukämie. Oder was ist noch beim Knochen? Das Überbein zum Beispiel ist eine hängende Heilung. Oder der Hexenschuss, der einmalige, der gelegentliche Hexenschuss, oder das permanente Kreuzweh ist die hängende Heilung. Und wenn ich den Konflikt überhaupt nicht lösen kann, weil ich permanent auf der Schiene bin, dann brechen wir die Wirbelkörper zusammen. Das ist immer nur der Selbstwerteinbruch. Aber abhängig von den Schienen, wie oft habe ich Rezidive, kann man ganzen Psi-Rämpel füllen mit Begriffen. Skoliose, Pechtreff, Arthrose, Arthritis, Rheuma, Knochenkrebs, Anämie, Leukämie, Hexenschuss, Ewing, Sakom. Und in Wirklichkeit ist das nur der Selbstwerteinbruch. Also es wird im Prinzip einfacher. Und vor allem, da haben sie den großen Vorteil, da müssen sie überhaupt nichts glauben. An Naturgesetze brauchen sie nicht glauben. Also wenn einer kommt und sagt, dass nach dem Winter der Frühling kommt, das glaube ich nicht, also da lehne ich mich entspannt zurück und sage, brauchst du nicht glauben. Dann wirst du es eh sehen. Und das ist bei Naturgesetzen der große Vorteil. Da haben sie die Gelegenheit, Erfahrung zu machen. Und sie können wirklich schlau werden. So wie der Bauer weiß, wenn er eins anbauen muss, oder wenn er ernten muss, vom Wetter her und so, können sie dann sich selber helfen, ihrem Kind helfen oder ihrem Partner helfen, dass der da rauskommt. Oder ihrem Hund helfen. Dass der aus der Geschichte da rauskommt und gesund wird. Und das ist doch sehr befriedigend, oder? Und zwischen mir und meiner Gesundheit steht weder Arzt noch Medikament. Kein Arzt kann mich heile machen. Und kein Medikament kann mir einen Konflikt lösen. Erlösen muss ich das schon selber, gell? Und die Händigkeit ist bei unserem heutigen Thema entscheidend. Der biologische Rechtshänder klatscht mit der rechten in die linke. Hier, also die bewegende Hand ist die Partnerhand. Also beim Rechtshänder ist links die Mutter-Kind-Seite. Hier erleidet er Konflikte wegen oder um die leibliche Mutter, Person älterer Generation, oder wegen oder um sein leibliches Kind, Person jüngerer Generation. Beim Rechtshänder ist rechts die Partner-Seite. Hier erleidet er Konflikte wegen oder um seinem Partner. Wobei Partner sind nun sämtliche anderen Personen, mit denen wir zu tun haben. Meist aus der gleichen Generation. Der Lebenspartner, die Geschwister, die Freunde, die Arbeitskollegen, der Gegner, der Nachbar, aber auch der Vater ist Partner, Schwiegereltern, Opa, Oma ist Partner. Und beim Linkseite ist es umgekehrt. Beim Linkseite ist links die Partner und rechts die Mutter-Kind-Seite. Also dieses Grundlagenwissen, das gilt ja für alle Programme gleichermaßen, und das ist das Allerwichtigste. Sagen wir, es dauert einmal eine gewisse Zeit, bis man einmal überhaupt versteht, was ein biologischer Konflikt ist. Das geht nicht von heute auf morgen. Und ich gehe einmal von mir aus, ich habe da wirklich längere Zeit gebraucht, bis ich das einmal wirklich verstanden habe. Und so richtig verstehen tut man es erst, wenn man das einmal nachvollzogen hat, am eigenen Körper oder beim Partner. Und dann wird aus Glauben wissen, dass das so ist. Und wenn ich weiß, wie mein Körper funktioniert, dann habe ich das Schlimmste bei Krebs verloren, die Panik. Also das, was ja die Leute umbringt, ist die Angst. Das sind dann Folgekonflikte. Also der geht, was er sieht mit Blut im Stuhl, geht er zum Arzt und kriegt die Krebsdiagnose. Und das ist natürlich für den Patienten jetzt hoch akut, isolativ am falschen Fuß. Ich habe Krebs und wir assoziieren damit Tod. Und jetzt reagiert er mit Lungenrundherde. Durch die Krebsdiagnose. Mit dem Darm ist er in der Heilung und mit der Lungenrundherde, mit der Angst, Todesangst ist auch konfliktaktiv. Und aus der Todesangst findet er so rasch nicht raus. Es sei denn, Sie haben die Germanische verstanden, haben Blut im Stuhl, dann wissen Sie, Moment einmal, ich habe einen Darmkrebs in der Heilung. Weil Blut im Stuhl heißt, ich habe einen Ärger erlitten und gelöst, sonst habe ich kein Blut im Stuhl. Und allein nur das Wissen schützt Sie schon vor einem Folgekonflikt. Und wenn Sie dann noch wissen, ah, das war mit den Nachbarn vor drei Wochen, dann wissen Sie jetzt, in drei Wochen ist der Spuck rum. Und in drei Wochen, da werden Sie nicht verbluten. Und Sie sind in der Heilung, der Tumor wird kleiner, kleiner. Und das heißt, ein Darmverschluss wird ja unwahrscheinlicher, unwahrscheinlicher. Und allein nur durch das Verstehnis der Biologie, das steht alles in der Diagnosetabelle drin, ersparen Sie sich an Folgekrebs. Wenn Ihnen da der Arzt dann sagt, ja, Sie haben Darmkrebs, Sie haben Blut im Stuhl, Sie haben Darmkrebs, der Schulmediziner, der unterscheidet einen halt zwischen Aktiv und Heilung. Und da sehen Sie auch schon die Lüge. Die Schulmedizin gibt ja offiziell zu, es gibt Spontanheilungen. Was heißt das eigentlich? Es muss eine Phase geben, wo der Krebs entsteht, und eine Phase geben, wo er verschwindet. Spontanheilung heißt ja, eine Heilung ohne therapeutisches Zutun, eine Heilung aus eigener Kraft. Also muss so etwas geben, wie eine Heilungsphase. Haben Sie schon jemals einmal vor einem Onkologen gehört, dass er zum Patienten sagt, Sie sind gerade in einer Heilungsphase? Also ich noch nicht. Das hat man noch nie gehört. Und da sehen Sie die Lüge. Tja, wie gesagt, das ist ein lukratives Geschäft. Und der zweite Porsche muss auch finanziert werden und die zweite Freundin. An jedem ist das eigene Hemd näher als vom anderen. Es ist eine grausige Gesellschaft, in der wir leben. Der schwerste Selbstwerteinbruch, der geht auf den Knochen. Der leichtere, der geht auf den Lymphknoten. An derselben Stelle. Der leichtere geht auf den Knorpel, der noch leichtere geht aufs Bindegewebe und der leichteste geht aufs Fettgewebe. Also so ist die Staffelung. Und die Händigkeit ist entscheidend. Partner, Mutter, Kind gegenüber im Selbstwert eingebrochen. Und jetzt hat jeder Knochen, jedes Gelenk einen eigenen Konfliktinhalt. Die Schädelkalotte zum Beispiel, der intellektuelle Selbstwerteinbruch. Wie habe ich nur so blöd sein können. Jetzt geht meine Frau seit zwei Jahren zum Bauern um die Milch und ich komme nicht drauf, dass die ihr Verhältnis hat mit dem Knecht. Und in der aktiven Phase habe ich jetzt Zellminus, habe ich eine Delle im Knochen. Und wenn ich da drüber hinweg komme, wird es unter Schwellung repariert. Am Ende der Heilung geht die Schwellung zurück. Der Knochen bleibt aber dicker, als er zuvor war. Und dann bleibt die Beule und dann bin ich der Gehörnte. Und da wird es sicher herkommen. Und der Kieferknochen, das ist jetzt nicht beißen können, der Gegner ist zu mächtig. Und in der Heilung wird unter Zuhilfenahme der Bakterien das wieder aufgefüllt. Und da laufen wir zum Zahnarzt und der schimpft dann, man würde sie nicht die Zähne putzen. Und in Wirklichkeit sind die Bakterien dazu da, die Osteolysen von der aktiven Phase jetzt in der Heilung wieder aufzufüllen. Und die ziehen sich am Ende der Heilung wieder zurück. Aber ich brauche die quasi als Chirurgen. Und der Schulmediziner, der macht die Mikroben weg. Und die Halswirbelsäule ist die Ungerechtigkeit der Welt, die Demütigung. Die steife Genick ist schon wieder die Heilung. Also wenn Sie das nächste Mal ein steifes Genick haben, können Sie überlegen, in welchem Zug Sie wohl wieder gesessen sein mögen. Aber wenn Sie da Anblick auf Ihre Psyche werfen, dann hat das Webinar einen Sinn gehabt, Sie müssen eine Ungerechtigkeit, eine Demütigung gelöst haben. Gegenüber Partner oder Mutter, Kind. Je nachdem, wo es die Schmerzen haben. Dann die Schulter heißt, ich bin dem Partner selbe Generation, ein schlechter Partner. Und Mutter, Kind, Schulter hieße, ich bin der Mutter gegenüber, ältere Generation, ein schlechtes Kind. Oder dem Kind gegenüber, jüngere Generation, ein schlechter Elternteil. Und die aktive Phase tut nicht weh. Was ja beim Knochen schmerzt, ist die Heilung, wenn die Knochenhaut sich dehnt. Und dann kriegst du den Arm nicht hoch. In der Heilung. Solange sie aktiv waren, solange sind sie in der Heilung. Dann ist Brustbein. Also eine Frage aus dem Chat, was ist, wenn der Beißkonflikt zu lange dauert? Ja, wenn der nicht gelöst wird, dann haben sie die Parantontose. Dann fallen ihnen die Zähne aus. Wir haben ja die Zähne ausbissen. Und da kann ja der Zahnarzt nichts dagegen unternehmen. Wenn das Programm auf Zellminus steht, da kann er sich am Kopf stellen, der Zahnarzt. Das ist ja Zellschwund. Was soll er denn tun? Zellen hinzaubern. Und in der Heilung, da wird das unter Schwellung repariert. Und das gilt dann in der Schulmedizin als böse. Die Osteolyse in der aktiven Phase, das wird zur Kenntnis genommen vom Zahnarzt, aber nicht weiter verfolgt. Aber die Heilung, wenn sie dann Schmerzen haben, dann heißt es Knochenkrebs. Die Schulmedizin hat mit dem Knochen, ich erkläre es noch, eigentlich ein Riesenerklärungsproblem. Dann hilft nur noch Implantat oder Knochenaufbau. Naja, jetzt würde ich gerne eine bissige Antwort geben, aber mir fällt gerade nichts Kluges ein. Zu Naturgesetzen gibt es ja keine Alternativen. Also ich würde statt einem Implantat würde ich schauen, dass ich den Konflikt löse. Also immer ursächlich vorgehen. Aber ich muss einmal zuvor mal wissen, was ist der Konflikt. Und das ist für einen Einsteiger das Schwierigste. Ich gebe es zu. Die Ursache zu finden. Da muss ich einmal überhaupt wissen, wonach ich suchen soll. Und wie gesagt, das kommt erst so mit der Zeit, so eine Vorstellung, was ein Konflikt ist. Wenn Sie es sich merken, es ist ein Schock. Eine Angelegenheit vor einer Sekunde. Das ist die Ursache. Und das müssen Sie finden. Und beim Kieferknochen heißt eben, der assoziierte Konfliktinhalt nicht zubeißen können. Der Gegner ist zu mächtig. Und je nachdem Partner oder Mutter Kind habe ich es rechts oder links. Das ist die und das muss ich finden. Aber nur, wenn ich den Konflikt gefunden habe, heißt das ja noch immer nicht, dass ich ihn dadurch löse. Ich sage mal, ich habe Osterlösen auf der Partnerseite und jetzt laufe ich zu einem Therapeuten, nehmen wir an, wirklich zu einem Hammer-Therapeuten und der findet den Konflikt raus und sagt, du kannst dich gegenüber deiner Ehefrau, die möchtest du zermalmen und kannst es nicht. Sag ich, na super. Jetzt weiß ich den Konflikt, aber was mache ich jetzt? Ich kann es ja wirklich nicht zermalmen. Meine Frau ist stärker als ich, mental. Die macht halt oft Sachen, da würde ich es gerne beißen und ich kann es aber nicht beißen. Und jetzt habe ich Osterlösen im Kiefer und ich kann meine Frau auch nicht meiden. Ich müsste mich scheiden lassen. Wie löse ich so etwas? Einmal den Konflikt dingfest zu machen. Partner sind ja alle Personen, mit denen ich zu tun habe. Bis auf Mama, Kind. Das kann der Chef sein, das kann der Nachbar sein, das kann der Bruder sein, aber ich muss einmal genau meinen Beißkonflikt finden, dass das eben, hoch akut isolativ am falschen Fuß, der Schock war mit der Ehefrau. Und das war nicht das psychologische Problem mit dem Bruder, die Geschichte kenne ich schon seit der Kindheit. Da hat mich ja nichts am falschen Fuß erwischt. Aber dass die Ehefrau das gemacht hat, das hat mir am falschen Fuß erwischt. So, und jetzt reagiere ich allergisch auf die Ehefrau mit Osterlösen. Und was mache ich jetzt? Das ist ja, das ist das nächste Paar Schuhe. Und das Leben zu ändern, das ist das Allerschwierigste. Also, da gibt es jetzt eine Möglichkeit, nehmen wir an, die Ehefrau entschuldigt sich bei mir, so dass das bei mir im hintersten Hinterstübchen ankommt und ich glaube ihr und dann löse ich das. Die zweite Möglichkeit wäre, ich suche mir eine andere Ehefrau. Oder die dritte Möglichkeit wäre, ich stehe drüber. Ich kriege die Aktien aus dem Thema raus. Ja, dass es mir quasi gleichgültig wird. Im Positiven, im Negativen. Gleichgültig. Also, meine Frau spinnt weiter, aber mich tankiert es nicht mehr. Ja, das ist das Allerschwierigste. Also, entweder entschuldigt sich der bei mir, die zweite Möglichkeit meiden, getrennte Wege, oder ich ändere meine Einstellung zu dem Thema. Und jetzt ändern Sie einmal die Einstellung zur Schwiegermutter. Das ist nicht so einfach. Der Knochen aufbaut dort nach 40 Jahren Konfliktaktivität doch zu lang, obwohl er jetzt gelöst ist. Naja, also, sag mal, wenn du 40 Jahre lang hängend aktiv warst mit den Knochen, mit den Kieferknochen, glaube ich, hast du keine Zähne mehr. Also, dann hast du nur mehr einen Bleistift, nicht einmal Bleistift, aber einen ganz dünnen Knochen. Also, das 40 Jahre Konfliktmasse, das kann ich mir nicht vorstellen. Da löst sich der Kieferknochen auf. Aber wahrscheinlich bist du nur noch Krönen und 3 Millimeter. 3 Millimeter Knochen am Kiefer? Ja, das kann dann schon hinkommen, ja. Aber das ist dann heftig. Also, da musst du ja aufpassen, dass du dass du dir den Kiefer nicht brichst. Auch der Oberkiefer ist. Aha. Also, äh, also, beim Knochen muss ich lösen, gell? Ich muss das lösen. Wenn ich das nicht löse, irgendwann ist der Knochen weg. In der Natur, ja, wenn da dem Wolf die Zähne ausfallen, das war's dann. Das war's, das, das lang wird er das nicht machen, gell? Und, sagen wir, die Heilung, pfu, das kann auch heftig werden, ja. Du bist kein Wolf schon, aber, aber, ich sag nur, also, sagen wir, beim Oberkiefer, da ist es vielleicht nicht so tragisch, als beim Unterkiefer, wenn da der Unterkiefer bricht, na, pff, sehr was. so, dann, das Brustbein, das ist jetzt ein Selbstwertseinbruch, das Dekolleté betreffend, also, wenn ich, wenn die Frau ungleich große Brüste hat, oder zu kleine Brüste hat, oder wenn ich zum Mann sage, du hast einen Brustkorb wie ein Orchkatzl, ja, wie ein Eichhörnchen, dann, unabhängig von der Händigkeit, gibt es auch immer den lokalen Selbstwertseinbruch, an der Stelle taug ich nicht, ja, wenn man der Frau die Brust rechts amputiert, dann hat sie die rechten Rippen involviert, amputiert man ihr links, die linken Rippen, ja, unabhängig davon, ob sie links-rechtshändig ist, lokal, an der Stelle taug ich nicht. Dann die Wirbelsäule, die trägt unsere Person, der zentrale Selbstwertseinbruch, meine Person betreffend, der geht aufs Kreuz, ich wurde aufs Kreuz gelegt, oder ich bin ein Versager, aber auch oft die Krebsdiagnose, ja, wenn man sagt, was weiß ich, du hast einen Lungenrundherd, und auf der Höhe taugt meine Person nicht, dann osteolysiert auf der Höhe die Wirbelsäule, und dann heißt es Kribbel-Krabbelzellen, ja, was weiß ich, eine Frau, wenn man Brustkrebsdiagnostik zieht, kann sie hinten mit Osteolysen reagieren, und dann sagt man, da sind jetzt die Brustkrebszellen, die sind da in die Wirbelsäule eingewandert, also Schwachsinn hochgetragen, das ist alles so, dann der Ellbogen nicht schlagen können, der Tennisarm, also, ich werde aufgefordert zum Match, und ich gehe locker und lässig auf den Platz, und dann kann ich ihn nicht schlagen, er ist stärker als ich, und jetzt habe ich einen Selbstwertseinbruch, natürlich Partner, Ellbogen, und die aktive Phase tut ja nicht weh, ich bin ein Sympathikoton, ich habe Stress, ich habe Zwangsdenken, ich brauche eine Revanche, und dann kriege ich die Revanche, und dann kriegt er ein Ass ums Nächste serviert, und jetzt konnte ich ihn besiegen, und in der Heilung tut es dann weh, und dann heißt es, habe ich mich überanstrengt, und sagen wir, der Leichtere ginge auf den Schleimbeutel, und wenn ich dann Wasser einlagere, kriege ich in der Heilung einen dicken Schleimbeutel, das Schwere geht auf den Knochen, und der Leichtere halt das Bindegewebe, aber das Thema ist dasselbe, Ellbogen, nicht schlagen können, oder nicht in den Arm nehmen können, dann ist das die Innenseite, nicht schlagen können ist außen, und nicht in den Arm nehmen können ist innen, Also ich würde gern die hübsche 20-jährige Nachbarin in den Arm nehmen, aber meine Frau gestattet mir es halt nicht. Das Becken steht fürs Baby, wenn die Frau vom Mann kein Baby haben möchte, kann beim Mann das Becken australisieren, er hat einen Selbstwerteinbruch. Dann das Steißbein, das ist oft die Folge von Hämorrhoiden, das tut so weh, ich kann da nicht sitzen, oder von Analsex, wenn es weh tut, das Sitzbein nichts besitzen. Was weiß ich, die Kinder haben ihren Erbteil und fordern noch immer, und ich gebe, und ich gebe, und ich gebe, und ich habe schon nichts mehr, was ich geben könnte. Dann die Hüfte nicht durchsetzen können, das muss man sich wirklich so vorstellen, wie das Stier anschiebt, nicht durchsetzen können. Das Schwere geht auf den Knochen, das Leichtere auf den Knorpel. Schenkelhals, das stehe ich nicht durch. Was weiß ich, wenn sich die Frau scheiden lassen möchte, das Leben ohne meiner Frau stehe ich nicht durch. Dann australisiert der Partner Schenkelhals. Dann ist Handgelenk, das Situation nicht in den Griff kriegen. Was weiß ich, das Fremdgehen vom Partner, oder die Drogensucht vom Sohn, und der Schwere geht auf den Knochen, und der Leichtere halt auf die Sehne, Sehnenscheiden, Entzündung. Wie gesagt, Entzündung ist immer Heilung. Dann die Finger nicht festhalten können, oder wie ungeschickt von mir, also was man sieht, die Tippse, die Schläge nicht zusammenbringt. Dann Knie, Sportlichkeit, Selbstwerteinbruch, und es hängt halt immer davon ab, woher beziehe ich meinen Selbstwert. Ja, wenn ich, sagen wir, drei Meter vorm Tor den Ball verschieße, dann kann ich jetzt dem Team gegenüber sportlich einbrechen, und dann habe ich es mit dem Partnerknie. Aber ich kann eigentlich nur Fußballspielen gehen, weil ich es liebe, wenn die Mutter mir durchs Haar streicht, und sagt, Bulli, das hast du gut gemacht, und ich, ha. Und wenn ich dann drei Meter vorm Tor den Ball verschieße, dann bin ich der Mama gegenüber sportlich eingebrochen, und dann reagiere ich mit dem Mutter-Kind-Knie. Hängt immer davon ab, woher beziehe ich meinen Selbstwert. Und Achtung, Sportlichkeit, Selbstwerteinbruch, heißt nicht unbedingt immer im realen Sinne Sport zu betreiben, sondern eine sportliche Leistung. Das kann ja auch, was weiß ich, das Reparieren vom Auto sein. Ich bin immer der, der am schnellsten, der am saubersten arbeitet. Das ist für mich eine sportliche Leistung. Und dann mache ich einmal einen Pfusch, und dann bin ich quasi, reagiere mit dem Knie. Also, was für den anderen eine sportliche Leistung ist, muss nicht für den anderen eine sportliche Leistung sein. es ist ja das Individuum. Und sie haben alle samt ihr eigenes Weltbild, ihre eigenen Gewichtungen, Wertigkeiten, und was für sie zum Konflikt wird, muss nicht für mich zum Konflikt werden. Dann die Ferse, eine Situation nicht zerstampfen können, so wie die Kinder vor Wut aufstampfen, als Rumpelstilzchen. Das ist dann die Ferse. Und der Fuß nicht tanzen können, nicht laufen können. Also, Frauen, wo der Partner nicht tanzt, die reagieren ganz gern mit Selbstwerteinbruch Fuß. Die Kinder differenzieren noch nicht so, wie ich das da jetzt aufgelistet habe. Das Kind generalisiert. Das Kind sagt, die Mama hat mich nicht lieb, und es australisiert das komplette Knochenskelett. Und Kreise werden ja zu Kinder, die generalisieren auch ganz gern. Ein Generalisieren heißt ja dann am ganzen Körper, da kann man mit vielen kann man generalisieren. Ich kann am ganzen Körper gelähmt sein, am ganzen Körper Neurodermitis haben, ich kann am ganzen Körper einen Selbstwerteinbruch haben, ich kann am ganzen Körper Wasser einlagern, ich kann am ganzen Körper Haare verlieren, also sagen wir generalisiert. das ist schon möglich. Und die Ursache, der Schockmoment, der Karma-Syndrom, das ist ja eine Sekunde, das ist die Ursache, und das müssen Sie finden. Und vom Organsymptom wissen Sie ja, wonach Sie suchen müssen. Und niemand kennt Ihre Organebene und Ihre Psyche besser als Sie selber, und das läuft immer synchron, das Individuum, nicht teilbar zwischen Organe und Psyche, zwischen Organe und Seele. Es gibt keinen Hexenschuss ohne gelösten Selbstwerteinbruch. Und wir haben ja noch die Gehirnebene mit dem Schädel-CD, einen dritten Punkt, wir haben ja ein überbestimmtes Diagnoseverfahren. Und ich kann immer von einer Ebene auf die andere Ebene schließen. Also wenn ich das Organsymptom sehe, was ich sehe, Partnerknie dick, dann weiß ich, der hat dann Sportlichkeit Selbstwerteinbruch lösen können gegenüber Partner. Und der hat im Hirn ausgekreuzt, im Marklager, an der Stelle da, hat er das Ödem, Heilungsphase. Und auf der Psyche ist ihm der Stein von der Selle gefallen, jetzt hat er seinen Selbstwert gegenüber dem Partner wieder aufbauen können. Und die kann immer von einer Ebene auf die anderen Ebenen schließen. Wir denken uns nur diese drei Ebenen, um damit arbeiten zu können. Und ob das jetzt der Knochen ist, oder der Darm, oder die Brust, die Grundlagen gelten ja für alle Programme gleichermaßen. Also der schwere Selbstwerteinbruch geht jetzt auf den Knochen. Und in der aktiven Phase ostilisiert der Knochen, entkalkt. Und das tut nicht weh. Sie bauen da Konfliktmasse auf und sie haben keine Schmerzen, sie kriegen das gar nicht mit. Jeder Knochen ist mit einer Knochenhaut überzogen und ist sehr zäh und hält wie so ein Schrumpfschlag den Knochen in Form. Er kann brechen, wenn er bricht, heilt er nicht. Also ein Knochen, der nicht heilen möchte, da läuten beim neuen Mediziner alle Alarmglocken. Der hat einen aktiven Selbstvereinbruch. Also wenn du sagen wir den Kieferknochen osteolisiert hast, also die Paranthontose und der bricht, der heilt nicht und das macht dann Riesenprobleme, weil da musst was tun, du musst in die Schulmedizin. Gleichzeitig aber stellt auch das Knochenmark mehr oder weniger die Blutproduktion ein. Egal bei welchem Knochen. Also das Blutbild ist immer verändert. Auch beim Kiefer ist das Blutbild verändert. Jetzt gibt es halt Knochen, die mehr, der eine mehr, der andere weniger in der Blutproduktion beteiligt ist. Aber wir haben da Löcher, auch das Knochenmark schwindet ja weg, die roten Sacken in den Keller, die weißen Sacken in den Keller und auch die Blutblättchensacken in den Keller. Und ich Anämie-Müdigkeit, ich bin so quasi einfach, ich könnte nur liegen. Und diese Anämie-Müdigkeit sagt Hammer, haben wir auch, um eben die porösen Knochen zu schonen. Wir springen da nicht rum wie die Verrückten. Und da hilft wie gesagt die Natur nicht gleich in der aktiven Phase. Da muss erst den Konflikt lösen. Und jetzt mit der Konfliktlösung schaltet mein Hirn die Bakterien an und die helfen mit diese Löcher wieder aufzufüllen, zu rekalsifizieren. Und das tut weh, weil jetzt hebt die Knochenhaut ab. Und das ist ja was am Knochen schmerzt. Und die Heilung, die merken sie sofort. Unter Umständen im nächsten Moment, in der nächsten Minute, in der nächsten Stunde, am nächsten Tag. Die aktive Phase, da können Monate Konfliktmasse haben, das merken sie nicht, aber die Heilung, das merken sie und sofort. Eine Frage aus dem Chat, aber braucht man nicht dafür ein Bewusstsein? Ha, das war wirklich eine super Frage. Wer war denn das? Ja, das war eine super Frage. Ich liebe nämlich die Grundlagen. Nehmen wir an, das Kleinkind wird von der Mutter verprügelt oder vom Papa verprügelt, das ist ja geil. Das Kind erleidet einen Selbstwerteinbruch, hoch akut, isolativ am falschen Fuß und es australisiert das Knochenskelett und das Kind hat jetzt Anämie. Zwei Tage später nimmt die Mutter das Kind wieder in den Arm und es ist die Welt wieder in Ordnung und dem Kind fällt der Stein von der Seele, war zwei Tage konfliktaktiv und jetzt ist das Kind zwei Tage in der Heilung und hat Knochenschmerzen ist krank und hat eine kleine Leukämie und nach zwei Tagen ist das rum. So nehmen wir an das Kind ist zwei Jahre alt. Brauche ich jetzt ein Bewusstsein um diese Zusammenhänge oder nicht? Das geht am Verstand vorbei. Also ein Konflikt geht am Verstand vorbei. Wenn Sie einen Schock haben bevor Sie da zum Denken kommen, ist das alles schon passiert. Sie haben assoziiert, Sie haben das Programm bestimmt, Sie sind Sympathikator und Sie kriegen den Biss nicht runter. Also wenn ich mit einem Samurai Schwert auf Sie zugehe, Ihnen den Kopf abschlagen möchte, werden Sie nicht fragen, warte einmal Helmut, habe ich jetzt einen Konflikt? Sie haben einen Konflikt. Und ob das jetzt Sie sind oder das zweijährige Kleinkind oder der Hund ist komplett egal. Die Programme gelten für alle gleichermaßen. So, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel die Parantontose haben seit 40 Jahren, dann müssen Sie einmal verstehen lernen warum und wieso. Jetzt können wir von einem Bewusstsein sprechen. was der Konflikt war, um ursächlich vorzugehen. Also um jetzt das Thema mit dem Vater auszuräumen. Da brauche ich Bewusstsein dazu. Und jetzt erst mit diesem Verständnis, mit diesem Bewusstsein um diese Zusammenhänge erheben wir uns über unseren Tierkörper. Jetzt kann ich nämlich meinen Körper steuern. Jetzt kann ich, wenn ich das ausräume, bewirken, dass der Kiefer rekalsifiziert. Das kann kein Arzt, das kann kein Medikament, das kann nur ich selbst. Das war eine super Frage. Danke. Ich liebe die Grundlagen. Das ist das Allerwichtigste. Sonst kommen sie nicht weiter in der Geschichte. Und Achtung, die germanische Heilkunde hat nichts mit Esoterik zu tun. Aber überhaupt nichts. Das ist knallharte Biologie. Wie gesagt, funktioniert beim Hund genauso. Und der hat auch kein Bewusstsein über die germanische Heilkunde. Der weiß auch nichts von den Naturgesetzen und so. Und wie die Sonderprogramme verlaufen, haben wir bisher auch nicht gewusst. Wir schicken angeblich Menschen auf den Mond, aber wie die Osteoporose funktioniert oder die Arthrose, das wissen wir nicht. Und das ist gelogen. Das wird nur unterdrückt, das Wissen wird nur unterdrückt. Und da ist der Hammer am Sektor Medizin nur ein Beispiel. Das gibt es in der Wirtschaft, das gibt es im Geld, das gibt es Energie, da gibt es auch Leute, so Pioniere, die werden einfach niedergemacht. Das ist unsere Gesellschaft. So, und jetzt sind sie in der Heilung und die Schmerzen beim Knochenkrebs, das sollen die aller schlimmsten Schmerzen sein. Zahnschmerz ist so ein kleiner Vorgeschmack auf Knochenkrebs. Und mit jedem Tag wird es schlimmer, schlimmer, schlimmer. Im Hirn des Ödem wird größer, größer, größer und in der tiefsten Vagotonie, wenn der Patient kochend heiße Hände hat und der kriegt Morphium, das ist die Sterbehilfe, ist der weg. Das ist wie der goldene Schuss. Sie wissen vom Zahnschmerz her, dass nichts hilft. Was hilft gegen Zahnweh? Hilft nichts. Morphium hilft, aber Morphium das ist die Sackgasse. Also die sterben dann Hirntot. Das Morphium wirkt von jetzt auf dann Sympathikoton. Der Patient wird aus der tiefen Vagotonie in die Stressphase gehoben und in der Sympathikotonie gibt es kein Ödem im Hirn. Und hier habe ich das Ödem und die Nerven, die Dendriten, das ist ja quasi wie ein Wassertropfen auf einen Schwamm. Der Schwamm saugt das Wasser an. Und jetzt wird er durch das Morphium von jetzt auf dann in die Sympathikotonie geschossen und da gibt es kein Ödem und jetzt surrt das Hirnrelay zusammen und die sterben da an Hirntod. Also das Morphium, die Sterbehilfe, der goldene Schuss funktioniert so, die sterben an Hirntod. Es ist atemsuppressiv, die hören auf zu schnaufen. Ich habe da mal mit einem Pharma-Referenten gesprochen, der hat mir das erklärt. Die Krankenschwester weiß, sie hat um fünf Dienstschluss und wenn sie dem Patient jetzt die Dosis Morphium gibt, stirbt um vier, dann hat sie noch Arbeit mit ihm. Gibt sie ihm die Dosis, stirbt um sechs, da hat sie keine Arbeit mehr mit ihm. Also so können die das dosieren und die Patienten werden da regelrecht eingeschläfert. Und es geht ihnen ja schlimmer, schlimmer, schlimmer. Und dann heißt ja bei Krebs da haben wir leider nichts, Schmerz zu leiden brauchen es nicht und die werden einfach weggespritzt. Der Schmerz ist ja keine objektive Größe, sondern subjektive Größe. Und das kennen sie, wenn sich das Kind einmal gezwickt hat und die Mama kommt und macht ist schon wieder gut. Und hier wie wie sich dieses subjektive Empfinden ändern kann, wenn ich diese Zusammenhänge verstanden habe. Ein kleines Beispiel, auf einen Vortrag lerne ich einen Tischler kennen und der war so begeistert, dass er vor dem Vortrag, dass er gleich noch einmal einen Vortrag organisierte und dann sind wir ins Reden gekommen. Stellt sich raus, der hat seit mehreren Monaten ein gebrochenes Schlüsselbein, was nicht heilen möchte. Und wie gesagt, der leuten beim neuen Mediziner alle Alarmglocken, ein Knochen, der nicht heilt, da ist ein aktiver Selbstvereinbruch. Und das Schlüsselbein gehört zur Schulter. Und er war Linkshänder, linkes Schlüsselbein, Partner, Schulter, und da ging es um den Hof. Wer soll erben? Der Bruder oder er, Bruder ist Partner und der vererben soll, der Vater, da war auch das Verhältnis sehr angespannt, Vater ist auch Partner und da ging es irgendwie um den Hof. Jetzt wurde er aber so begeistert von der neuen Medizin, dass es sich sagte, die Tischlerei in Österreich hat keine Zukunft, da verdient man kein Geld, er geht auf Deutschland, er macht einen Heilpraktiker, er möchte neue Medizin praktizieren. Wir in Österreich haben ja keine Heilpraktiker, jetzt musste er quasi in Deutschland leben und dadurch wurde für ihn der Hof gegenstandslos, den kann er ja gar nicht brauchen mehr und das war für ihn die Lösung und er kam in die Heilung und dann hat er angerufen zu Hause, hat mit meiner Frau telefoniert, er sagt am Telefon, du Erika, ich habe Schmerzen, der hat sich gefreut, der wusste jetzt heilt der Knochen und wenn ich dann noch weiß, ich war ein Beispiel vier Wochen aktiv, dann weiß ich, die Schmerzen die kommen 14 Tage und sie gehen 14 Tage und allein nur durch das Verständnis, durch das Bewusstmachen dieser biologischen Zusammenhänge und das sind knallharte Naturgesetze, da gibt es keine Ausnahme, allein nur durch das Wissen um diese Zusammenhänge habe ich eine ganz andere Einstellung zum Schmerz, der hat sich gefreut drum, weil er wusste, jetzt habe ich einen Konflikt gelöst und die Schmerzen, ach, wenn das vier Wochen dauert, okay, gut, das ertrage ich schon, aber in der Schulmedizin assoziiert der Patient mit Schmerz Krebs und in der Hoffnung, wenn der Schmerz weg ist, dass der Krebs weg ist, brüllt er noch noch mehr Morphium und das ist die Sackgasse. Wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, vor 100 Schmerzpatienten, wenn ich 100 diese Zusammenhänge erklären darf, würden keine 10 zum Morphium greifen, weil wer möchte sich schon selber umbringen, aber diese Information hält man dem Patienten vor und sagt einfach, bei Krebs gibt es nichts anderes. Eine Frage aus dem Chat, aber was machen wir mit den Schmerzen? Ich denke an die Frau, die in Heidelberg erzählt hat, dass die ganze Familie sie betreut hat, damit sie nicht den Mut verlor bei ihrem Knochenschmerzen. Da sind sie dann wirklich angewiesen auf fremde Hilfe und wenn das eigene Umfeld vergessen es nie das eigene Umfeld wenn die mitspielen ist super aber wenn die nicht mitspielen ja das ist die Katastrophe und also der familiäre Zusammenhalt wenn der fehlt das können uns vergessen das können uns wirklich vergessen das endet in der Katastrophe es ist so leider und wir sind im Moment auf uns gestellt in der Schulmedizin die schläfern uns ein die machen uns Angst und Panik und machen aus unserer Salami und wir sind angewiesen auf Unterstützung und wenn wir die nicht kriegen sind wir aufgeschmissen ich meine früher war das kein Theater das war selbstverständlich ich meine was hat die Menschheit früher gemacht wie es noch nicht diese dominante Schulmedizin gegeben hat der war halt einmal zwei drei Monate war der krank und der lag im Bett der hat 10 15 Kilo verloren und dann hat man den betütelt und bemuttert und wieder aufpäppelt und dann sind wieder rumgelaufen aber das gibt es heute nicht mehr die schiebt man ab in die Klinik und dann heißt es Krebs und bei Krebs gibt es halt nichts und dann ist er gestorben nach zwei Monaten das war es dann das war früher nicht so so und jetzt beginnt das Knochenmark wieder mit Blutproduktion überschießen mit Leukämie also die Leukämie ist die Heilung der Anämie und das gehört zusammen das ist wie der linke und der rechte Schuh in der Schulmedizin sind das zwei verschiedene Paar Schuhe Anämie und Leukämie das sind verschiedene Blutkrebs Krankheiten in der Schulmedizin quasi so circa und das ist Unsinn genauso wie Lungenrundherd und Lungentuberkulose zusammengehört das ist ein Tandem wir sprechen vom Glück der Leukämie zum Glück haben wir den Selbstvereinbruch lösen können weil lösen muss ich den wenn ich den nicht löse bricht mir der Knochen und ich sterbe an Anämie und lieber löse den heute als morgen weil morgen habe ich mehr Konfliktmasse und und deshalb das Glück der Leukämie ich meine das hört sich verrückt an ich weiß das wenn sie aus dem betreuten Denken erklären oder sagen du ich habe gerade eine kleine Leukämie juchu der hält sich für komplett bescheuert in Wirklichkeit ist er bescheuert aber weil alle aus dem betreuten Denken gleich geschaltet sind wenn der Konflikt auf der Bewusstseinsebene passiert ist kommt man ja in Heilungsphase nur wenn es länger ist als Jahre soll darf man den Konflikt nicht lösen wie kann ich das verstehen na 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 Moment einmal wenn der Konflikt auf der Bewusstseinsebene passiert ist ich meine sie sind als Gesamtes betroffen durch den Konflikt ob ob sie das jetzt bewusst wahrnehmen oder nicht dass das jetzt ein Konflikt ist ist einmal irrelevant das geht wie gesagt am Verstand vorbei kommt man ja in die Heilungsphase nur wenn es ach so nein nur durch das Erkennen des Konflikts habe ich ihn noch nicht gelöst also noch einmal nehmen wir an ich habe Leberkrebs ich habe einen Verhungerungskonflikt weil ich bankrott gegangen bin ja überall klebt der Kuckuck die Konten sind gepfändet ich weiß nicht nicht mehr wie ich mich ernähren soll und jetzt laufe ich zu einem Hamertherapeuten und der sagt ich weiß warum du Leberkrebs hast das ist weil du kein Geld hast sage ich na super jetzt weiß das ist und ich habe ich habe es noch immer nicht gelöst ich brauche eine Lösung dazu ja also den Konflikt einmal dingfest zu machen ist das eine Paar Schuhe ihn zu lösen ist das andere Paar Schuhe ja und länger als als Jahre soll darf der Konflikt nicht gelöst werden so ist das auch nicht generell also ich kann zum Beispiel nicht 50 Jahre Darmkrebs haben gelbe Gruppe ich kann auch nicht 50 Jahre ein Melanom haben gelb orange oder ich kann auch nicht 50 Jahre Knochenkrebs haben da löst sich der Knochen auf aber ich kann vor 50 Jahren einen Revierverlust Konflikt rote Gruppe erlitten haben weil mich mein älterer Bruder in den Schwitzkasten genommen hat bis ich abgeklopft habe und das ist die Rangordnung ja jetzt ist der Bruder der Alpha und ich bin der Zweite und den Konflikt habe ich seit meinem was weiß ich sechsten Lebensjahr seit 50 Jahren runter transformiert ja ich bin Zweitwolf das Rudel braucht viele Zweitwölfe die dürfen nicht sterben an Auszehrung und da wird der Konflikt runter transformiert aber den darf ich nicht mehr lösen weil ich beim Herz der Revierverlust der geht ja auf die Corona-Arterien und da haben wir in der Krise den klassischen Herzinfarkt über 9 Monate Konfliktmasse wenn ich das löse bin ich tot also in der roten Gruppe da muss man schon zweimal hinschauen ob ich den Konflikt lösen darf aber auch nur dort wo ich konfliktaktiv bin selbst bei der Lähmung das ist ja auch rote Gruppe Funktionsausfall sagen wir in der Natur kann ich nicht 50 Jahre gelähmt sein da bin ich schon früher gefressen aber in unserer Gesellschaft geht das im Rollstuhl kann ich 50 Jahre dahin vegetieren und wenn ich den Konflikt löse diesen motorischen Konflikt löse dann kann ich ein gewaltiges Ödem im Hirn bekommen was ich nicht überleben kann also in dem Fall sagen wir lass gut sein du hast bisher gelebt im Rollstuhl du kannst damit uralt werden aber wenn du das löst überlebst du das nächste Jahr nicht also in der roten Gruppe da muss ich zweimal hinschauen aber wie gesagt nur dort wo Konflikt aktiv ist Neurodermitis ist ja in der roten Gruppe erhängende Heilung da baue ich jedes Mal wenn in die Heilung kaum Konfliktmasse ab bei einer hängenden Heilung habe ich keine Konfliktmasse dahinter das kann ich lösen da bin ich in wenigen Tagen Wochen gesund oder genauso der Epileptiker das ist ja immer die Krise der epileptische Anfall das heißt der löst ja auch immer wieder den motorischen Konflikt der hat keine Konfliktmasse dahinter das soll man lösen der kann seit 50 Jahren Epilepsie haben wenn er die Schiene meidet oder den Konflikt löst ist die Epilepsie weg aber wenn der 50 Jahre nur Konflikt aktiv war mit dem motorischen Konflikt die Lähmung hatte 50 Jahre Konfliktmasse aufgebaut hat das kann tödlich sein wenn er den Konflikt löst ja Colitis ist ja wieder die aus der gelben Gruppe die hängende Heilung und das kann ja auch chronisch haben seit 50 Jahren und das soll man lösen und Asthma ist ja auch immer wieder der epileptische Krampfanfall der Kehlkopfmuskulatur oder der Bronchialmuskulatur soll ich lösen kann ich jederzeit lösen eine hängende Heilung darf man jederzeit lösen oder polyzyklisch darf ich lösen eine hängende Heilung darf ich lösen hängend aktiv in der roten Gruppe Vorsicht hängend aktiv in der gelben in der orangen Gruppe Achtung ich muss das lösen ich kann 50 Jahre Darmkrebs aktiv haben 50 Jahre Knochenkrebs aktiv haben da bin ich tot aber ich kann 50 Jahre in der roten Gruppe gelähmt sein Diabetes haben ich kann 50 Jahre der Zweitwolf sein und das löse ich dann besser nicht mehr ja gefährlich Krebs ich meine ich kann noch einmal deshalb auch die die Anspielung auf den Wolf dem die Zähne ausfallen in der Natur war es das der ist erledigt also es tickt bei jedem Programm irgendwo eine biologische Uhr bei uns ich habe nicht ewig Zeit bei keinem Programm die Programme sind ja auch für eine Not Situation um aus einer Not raus zu helfen und in der Natur würde der dann einfach gehen aber in unserer Gesellschaft kann ich nicht einfach gehen und jetzt bleibe auf der Schiene und baue Konfliktmasse auf und das kann man unter Umständen das Leben kosten also gefährlich ich kann fast an jedem Programm sterben wirklich fast an jedem ich meine sagen wir Hausfall nicht unbedingt aber ich kann an vielen Programmen sterben und vor allem wenn ich dann mich vor der dummen Schulmedizin therapieren lasse weil dann kommen die Folgekonflikte und die ganzen Nebenwirkungen ich meine da hat es ja einen Fall gegeben der ging eh durch die Medien der hatte Ohrspeicheldrüsenkrebs hat sie bestrahlen lassen und dann war er beim Hammer aber die Schulmediziner haben die zementieren das Problem fest er hat den Konflikt gelöst aber die Heilungsphase ist dann gekommen und das verbranntes Gewebe das ist Wahnsinn und der hat der Folgekonflikt erlitten und ist gestorben und das hat mir heim angehängt aber nur weil die Schulmedizin zuvor ihre Finger im Spiel hatte während jetzt habe ich gerade eine E-Mail bekommen von einer Frau die hatte vor 20 Ohrspeicheldrüsenkrebs und das Symptom ist weg die hat nichts gemacht hatte Ohrspeicheldrüsenkrebs schulmedizinisch diagnostiziert hat alles abgelehnt und ist gesund weil sie ihren Konflikt auch lösen hat können also ich kann an sowas sterben ich kann an Zahnausfall sterben in der Natur sicher und Achtung jedes Programm zehrt auch irgendwo an unserer Substanz und es ist auch nicht so dass wenn ich einen Konflikt löse dass ich dadurch dann klüger wäre im Gegenteil je weniger Konflikte ich habe umso älter wäre ich und umso reifer wäre ich also besser ist seltener die Sonderprogramme zu starten die mich aus einer Notsituation rausholen sollen aber wie in unserer Gesellschaft wir laufen ja nur auf Notprogrammen rum das wäre in der Natur nicht so die Rehe das war ein Steppentier und die sind einfach ausgewichen weil so viele Menschen waren ins Gebirge und haben dort weniger Konflikte die weichen aus aber wir können nicht mehr ausweichen wo sollen wir hin ausweichen die Regierung das Finanzministerium und alle wollen was von uns und wir können nicht mehr ausweichen und dann sind wir chronisch krank oder wir verlieren unser Leben das ist beinhart das ist beinhart die Natur ist trick die kann die Natur kümmert sich nicht um unsere Politik oder so oder Wirtschaft die ist wie sie ist und wenn wir klug sind richten wir uns nach diesen Naturgesetzen dagegen sind wir wenn wir dagegen leben wollen leiden wir und was ich bin ja nicht zur Welt gekommen damit das Finanz wir zahlen 80% Steuern ist ihnen das bewusst 50% Einkommensteuer 20% Mehrwertsteuer 10% Mineraloilsteuer Kirchensteuer Grunderwerbsteuer und lauter so ein Dreck wir sind auf 80% früher haben sie sich aufgeregt mit 10% ich meine dass da manche in dem Wahnsinnsrat nicht mehr mithalten können und einfach ihre Konflikte haben ist ja klar oder und die Gesellschaft macht uns krank durch die Leukämie jetzt habe ich auch mein Ödem im Schädel und ich bin auch vagoton und müde und schlapp und bei der Leukämie ich habe da einen eigenen Studienkreis es gibt schon ein paar Komplikationsmöglichkeiten also zum Beispiel das große Ödem im Hirn wenn eine ordentliche Konfliktmasse ist kann das gefährlich werden ich kann auch verbluten das sind so die die heiklen Sachen bei der Leukämie aber mit einem bisschen Hausverstand und vor allem hätte ich noch die Notfallmedizin zur Hand dann könnte man ja wie gesagt der Marc Frischet hat es ja seit neun Jahren hat er 85% der Patienten haben das überlebt 85% neun Jahre in der Schulmedizin haben wir 5% 5 Jahre und die sind diese 16 ist 17 fache und die haben alles abgelehnt von der Schulmedizin die haben nur keine Panik gehabt die haben verstanden warum und wieso sind ursächlich vorgegangen und haben zu 85% ihren Krebs überlebt obwohl sie alles abgelehnt haben und das könnte man ja hätte man Notfallmedizin ja noch auf 95% erhöhen mit ein bisschen Hausverstand und wir hätten gerade Reziprok zur Schulmedizin und in der germanischen Heilung ist eine echte Heilung während in der Schulmedizin montiert man ihnen das Rad beim Auto ab gibt ihnen das Auto mit drei Rädern zurück und sagt das ist geheilt das ist ja Schwachsinn hoch drei so und bis zur Krise also ja Syndrom also wenn ich da Wasser einlagere dann werden die Schwellungen noch größer die Schmerzen werden noch mehr dann dauert es auch länger und das ist dann die Gicht oder der akute Gelenksrheumatismus und also die Wassereinlagerung verschlimmert alles nicht nur beim Knochen generell und da gibt es einen Trick um diese Nierensammlerohre aufzubekommen das ist eine gelbe Gruppe der Flüchtlings oder Existenzkonflikt dass man sich da eine Badewanne macht mit 0,9% Salzgehalt also 100 Liter Wasser ein Kilogramm Steinsalz muss nicht Speisequalität besitzen ist ganz normales Lecksalz am besten direkt vom Steinbruch wenn da Verunreinigungen sind das macht ja gar nichts dann haben sie 0,9% und das ist das Urmeer die Nierensammlerohre hat ja schon unser Vorfahre und das hat die Natur beibehalten und wenn sie dann ihre Badewanne genießen dann täuschen sie ihrem Vorfahren in ihnen vor er wäre zu Hause im Urmeer der Konflikt ist ja der Flüchtlingsexistenz Konflikt übrigens haben sie das Videoclip von SWR gesehen der Wal strandet und nur so ein Minuten Videoclip ich habe sie auf der Homepage und da erklären jetzt startet ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm der Niere und der Wal lagert was ein um quasi diese Trockenperiode zu überleben und dann kommt wieder die Flut und dann ist er wieder in Sicherheit die haben der Hammer vermittelt in einer Minute das ist haben geschrieben SPS sinnvolles biologisches Sonderprogramm das ist Hammer also komisch sehr komisch und das ist eben das sind die Nierensammlerrohre und wenn sie da die Badewanne genießen gehen die Nierensammlerrohre auf sie müssen mehr sie scheiden Wasser aus und dann gehen die Schwellungen zurück und also ich habe auch chronisch Kreuzweh gehabt über Jahre aber oft so dass ich ohne Hilfe in die Badewanne nicht reinkam aber raus konnte ich ohne Hilfe steigen also die Schmerzen die sind sofort weg also bei mir waren es um 50% waren die weg also bei mir hat das super oder funktioniert das super mit der Badewanne und wie gesagt die Schmerzen da kannst du ja verzweifeln und die Krise ist unauffällig meist kalt und die Krise hat die Aufgabe das Ruder Richtung Gesundheit zu steuern also Achtung auch jede Krise ist Grund zur Freude aber einen Konflikt lösen können dann geht die Schwellung zurück die Schmerzen gehen zurück und am Ende der Heilung bleibt aber der Knochen stärker als er zuvor war das ist hier der Sinn und das bleibt ein Leben lang also die Therapie der Natur ist am Ende der Heilung aber gleich ein Leben lang die Luxus Gruppe aus dem Grund nennt Hammer ist Luxus Gruppe da leistet sich die Natur den Luxus nicht gleich zu helfen in der Aktiven sondern erst am Ende der Heilung aber dafür gleich ein Leben lang und alle und alle Programme aus der Orangen Gruppe da haben wir auch den Eierstock da haben wir auch den Hoden das Nieren Parenchym da ist der Sinn am Ende der Heilung keinblatt verwandte Organe haben keinblatt verwandte im biologischen Sinn die Schulmedizin hat mit dem Knochenkrebs so eine liebe Not weil an und für sich gilt ja das als böse was übermäßige Zellteilung macht aber hier ist ja einmal vorhause Zellschwund da hat mir eine esoterische Zeitung einmal eine Podiumsdiskussion mit einem Onkologen organisiert und der Onkologe der hat halt sein Chemo propagiert und sage ich zu ihm also ich verstehe das Prinzip der Chemotherapie Zytostatika Zellstopp bei der Zellteilung wird die Zelle umgebracht so dass sie sich nicht mehr teilen kann sage er also das Prinzip verstehe ich ja aber wieso gibt es hier bei Knochenkrebs Chemo wo er vor Haus aus einmal zelltot ist was sollen die Chemo bewirken außer noch mehr umzubringen sagt er doch glatt ja die Theorie ist so rundherum sind die Löcher und in der Mitte drin da sitzt die böse Krebszelle und die müssen wir erwischen und das wären dann die Osteoklasten ich weiß nicht das sind so wie schwarze Löcher muss man sich jetzt glaube ich die alles ansaugen oder so und die Chemo bringt die dann um keine Ahnung und wenn man Knochen durchsäbelt dann hat man ja so das Knochenmark so wie so eine Schwammstruktur und da in der aktiven Phase entsteht ein Loch und in der Heilung entsteht dann nicht mehr so diese Schwammstruktur sondern das ist wie so ein Gipsbatzen ja wenn es vor der Elektriker wenn sie das wissen ja wenn die da die Schläuche fixieren ja in dem ausgestemmten also Patzen und Amor verpatzen ja da ist keine Struktur das ist und das bleibt so und das gilt auch als böse in der Schulmedizin das würden die Osteoplasten dann sein also die aktive Phase ist böse die Heilung ist böse das Ende der Heilung ist böse in der Schulmedizin da ist der ganze Krebspatient böse kann das Sonderprogramm laut Schulmedizin Knochenmetastasen sich nur dann lösen wenn der Konflikt mit den Nierensammelrohren zuvor gelöst ist na das war jetzt ein Missverständnis also die Nierensammelrohre bewirken Wassereinlagerung es gibt vielfach dicke Menschen die sind nicht fett sondern die nehmen vom Trinken zu oder sie sie trinken mehr als sie auspinkeln und die stolpern von Hungerkur zu Hungerkur und verlieren kein Gewicht einfach nur weil sie Wasser einlagern so und wenn solche Menschen an Selbstwert lösen in die Heilung kommen dann dann die nicht nur einfach Knochenschmerzen sondern die haben dann Gicht oder die haben akuten Gelenks Rheumatismus die kriegen dann ein doppelt dickes Knie oder einen doppelt dicken Ellbogen durch die Wassereinlagerung und wenn ich da die Badewanne genieße dann gehen die Nierensammlerrohre auf und die lagere Wasser aus und dann geht die Schwellung am Ellbogen am Knie zurück die Nierensammlerrohre haben jetzt nichts mit dem Selbstwert mit den Knochen zu tun gar nichts nur wir sprechen vom Syndrom wenn eben die Nierensammlerrohre aktiv sind also ein aktiver Flüchtlings Existenz Konflikt und ich mit irgendeinem Programm in der Heilung bin egal welches ob das der Knochen ist oder der Lymphknoten oder der Hoden dann kriege ich einen riesen Hoden oder ich kriege eine riesen Leberschwellung oder ich kriege die Zyste in der Brust und dann sprechen wir vom Syndrom das Syndrom heißt ja mehr als gleichzeitig und wenn wir vom Syndrom sprechen dann meinen wir immer die Nierensammlerrohre und da hilft die Badewanne und dann habe ich weniger Schmerzen weil die Schwellung zurückgeht also der Trick funktioniert ganz gut also beim Selbstvereinbruch in der aktiven Phase gehen jetzt die Blutkörperchen in den Keller und wenn ich den Konflikt löse zuerst kommen die Weißen in Schwung überschießend da werden so Montagsautos produziert Leukoplasten unreife Leukozyten und ich habe die Leukämie und ein paar Wochen später kommen die Roten in Schwung und dann kann ich einmal zu viele Weiße und Rote haben am Ende der Heilung normalisiert sich dann das Blutbild also das reicht einmal für das erste wenn Sie wissen in der aktiven Phase habe Anämie und in der Heilung Leukämie Achtung jeder Hexenschuss ist ja auch eine Heilung wie gesagt beim Knochen was schmerzt ist die Heilung die aktive Phase tut nicht weh außer der Knochen bricht der Wirbelkörper bricht zusammen und drückt auf Nerven okay gut dann in der aktiven Phase schmerzen aber ansonst beim Knochen Schmerzen ist Heilung jetzt egal wie die Heilung heißt beim Knochen ich habe immer verändert das Blutbild also die Anämie das ist konfliktaktiv ein zu viel Eisen im Blut das deutet auch auf einen aktiven Selbstwerteinbruch hin der Körper behält sich das Eisen das Blut wird ja abgebaut und der Körper behält sich das Eisen quasi in der Hoffnung dann wird wieder Blut gebildet und dann braucht er das Eisen während ein zu wenig Eisen das ist gefährlich zu wenig Eisen das deutet auf eine versteckte Blutung hin Frauen mit ihrer Regelblutung die haben ja oft zu wenig Eisen der Bub hatte einen Selbstwerteinbruch erlitten er konnte sich im Kindergarten die Schuhbänder nicht binden und wurde von der Kindergartentante zur Schnecke gemacht und was hat der Bub gemacht es startet ja jetzt jetzt wieder zurück zum Thema Bewusstwerdung der Bub hat einen Konflikt und jetzt startet bei ihm das Sonderprogramm was ihm hilft das Problem zu lösen der hat der wollte nicht mehr in den Kindergarten dann haben die Eltern Wochen später gesagt okay du musst nicht mehr wir suchen einen anderen Kindergarten der hat so lange keine Ruhe gegeben bis ihm der Stein von der Seele fiel und dann kam er in die Heilungsphase und da hat man ihn erwischt mit Leukämie er hat es überlebt aber also eine Therapie endet ja mit Unfruchtbarkeit so jetzt habe ich fast für jeden Knochen habe jetzt ein Fallbeispiel eine Frage aus dem Chat werden zu viele Leukozyten über den Urin ausgeschieden nö na das wird glaube ich über die Leber abgebaut die Leukozyten im Urin Blut im Urin na eine Bankangestellten aus der Schweiz die sah aus wie der quasi Modo die hatte so Knochenbeulen und der Konflikt war sie machte immer so Flüchtigkeitsfehler beim Zusammenzählen von Zahlen und wenn da null zu viel oder zu wenig ist bei einer Überweisung das schaut gleich einmal blöd aus und so quasi wie habe ich so blöd sein können so Flüchtigkeitsfehler und die Schulmedizin in jede Knochenbeule haben sie andere Chemo reingespritzt also ich als Techniker hätte eine Knochenbeule unbehandelt belassen schauen was da passiert aber wenn wenn der Klatschtest nicht eindeutig ist kann man über den Umweg auf die Partner Mutter Kind Seite schließen wenn ich einen eindeutigen Konflikt einer Person zuordnen kann einem Partner oder Mutter Kind zuordnen kann dann kann ich über den Umweg die Händigkeit bestimmen als Seminarteilnehmerin in Spanien da war der Klatschtest nicht eindeutig aber sie hatte einen intellektuellen Selbstwerteinbruch ihrem Chef gegenüber erlitten das war ganz eindeutig und sie hatte auf der linken Schädel Decke eine Telle und also Chef ist Partner also muss sie Linkshänderin sein da war ein bisschen jünger also das war voriges Jahr oder so das Foto nein war Spaß das ist 25 Jahre mein Sohn hatte den L17 Führerschein ganz neu und es war Schulschluss und sie waren feiern er war ohne Auto unterwegs und betrunken verliert er das Dokument am nächsten Morgen sucht er das ganze Gelände ab aber der Führerschein war futsch und meine Frau hat mir das am Telefon mitgeteilt ich war in Deutschland unterwegs und das hat mich gefuchst ja der Papa wird schon richten 100 Euro meine Güte das nachts werde munter weil ich Schmerzen hatte auf der linken Augenbraue eine Beule habe ich für meinen Sohn stellvertretend an Konflikt erlitten an Selbstvereinbruch intellektuell Schädelkalotte die Augenbraue nicht finden können wie hat der so betrunken sein können so blöd dass er den Führerschein nicht mehr findet so kann man assoziieren so das kann ein Konflikt sein und das waren natürlich die drei Kriterien waren erfüllt und der Konflikt Inhalt für einen Sohn intellektuell nicht schauen können nicht finden können Wahnsinn also wirklich zum Staunen dieser Frau wurde ein Aderhaut Melanom diagnostiziert am Auge am Auge gibt es kein Melanom aber da erlitt sie einen Selbstwerteinbruch in der Augenhöhle im Knochen als er sich damit abgefunden hat ist sie darüber hin wegkommen und in der Heilung drückt ihr der Kalus des Auge raus richtige Knochenwulst wuchs ihr da raus sah auch fürchterlich aus ist noch immer kein Grund zum sterben aber sie blieb halt in der Schulmedizin und da hat man sie nieder gemacht da muss man warten bis das zum Stillstand kommt irgendwann hört das auf und dann muss man chirurgisch die Knochenknollen rausschälen das Auge hätte es mit ziemlicher Sicherheit verloren aber wie gesagt das ist noch kein Grund zum Sterben dann läufst halt mit einem Glas Auge rum aber lieber laufe ich da mit einem Auge durch die Welt als gar nicht ein Ehemann rechnet seiner Frau vor welches Geld sie ihm kostet und da liegt sie an Selbstwert Einbruch die Partnerschulter betreffend ich bin dem Partner schlechter Partner und die Lösung war als sie dann einen Job bekam und am selben Tag bekam sie Schulterschmerzen am nächsten Tag brachte sie den Arm nicht hoch am dritten Tag lag sie im Bett und war nur am heulen also wie gesagt die aktive Phase merken sie nicht aber die Heilung und Dummstehen sofort so und unsere Wirbelsäule die trägt ja unsere Person und hier haben wir so die Ungerechtigkeit der Welt da haben wir so meine Person betreffend wurde aufs Kreuz gelegt da geht es dann schon Richtung sexuell also so geht es entlang runter und jetzt je nachdem wo am Wirbelkörper die Osteolysen sind habe ich einmal die Skoliose und einmal den Pechterreff oder den Scheuermann ja und das sind alles so zentrale Selbstwerteinbrüche und jetzt müsste man halt genauer hinschauen hat es mehr partnerseitig oder Mutter Kind seitig man kann schon natürlich auch vom Organ CD auf die Psyche schließen wenn ich auf dem Wirbelkörper natürlich hat auch die Wirbelsäule eine Partner Mutter Kind Seite das ist symmetrisch und hat die mehr auf der Partner Seite dann weiß ich das ist gegenüber Partner hat nichts mit der Mutter zu tun nichts mit dem Kind also ich kann den Personenkreis eingrenzen bei unserem Strafprozess 96 der ging ja über mehrere Wochen drei vier Wochen da lief ich nur mit steifem Genick Partner Seite rum die der Richter Staatsanwalt die Reporter die Schulmediziner das ist ja als Partner ja und warum gerade ich die Ungerechtigkeit der Welt diese Frau wurde gemobbt am Arbeitsplatz und es entkalkte ihr die Halswirbelsäule und ähm eine falsche Bewegung unterbringst ihr den Hals die Lösung war sie hat kündigt einen neuen Job und kam in die Heilung und sofort in den Krankenstand also das das passiert auch gar nicht so selten der Arbeit nehmer hat ein Problem weil er keinen Job hat und dann kriegt er einen Job und kommt in die Heilung geht in den Krankenstand und wird schon wieder gekündigt und ist wieder konfliktaktiv und hat den nächsten Job löst das wieder kommt wieder in die Heilung er kann nichts dafür jedenfalls zog die das durch und die in der Heilung hebt er die Knochenhaut ab und da brichst er den Knochen noch leichter und die musste absolut sacht er durfte sie nur den Kopf bewegen und zog das durch wochenlang hat das dauert und am Ende der Heilung gibt es Aufnahme von der Halswirbelsäule da sind ja normalerweise die Wirbelkörper so fein ziseliert das sah aus als hätte man so Zementmilch drüber gegossen da schaut dann die Natur nicht mehr so auf Ästhetik sondern das soll einfach halten und jetzt ist noch ein bisschen eingeschränkt in der Bewegung aber es hält ja das habe ich schon erzählt also das ist ein typischer Folgekonflikt bei Brustkrebs auf der Höhe taugt meine Person nicht das assoziieren wir auf die Wirbelsäule und auf derselben Höhe osteolisiert ihr dann den Wirbelkörper und das ist ihr passiert und der Wirbelkörper ist ja auch zusammengebrochen und dann heißt ja die Milchdrüsen haben jetzt in den Knochen rein metastasiert und haben dort Löcher gemacht der Knoten in der Brust der größer größer wird die Milchdrüsen Mama Katzenom macht jetzt im Knochen macht Löcher also Fantasie mit Schneegestöber aber die tun alle so die Onkologen als hätten sie das verstanden und mit ein paar Argumente können sie den Onkologen aushebeln der kann ihnen ihren Blick nicht standhalten ein paar gezielte Fragen und er kommt ins Stottern Aber das kann auch dem Mann passieren ein 40 jähriger rasiert sich immer morgens mit nacktem Oberkörper vor dem Spiegel und regelmäßig bewundert er stolz seinen muskulösen Körper und seine breite Schulter er ist mit sich selbst zufrieden eines morgens bemerkt er erschrocken dass seine Brust zu hängen beginnt ein paar Tage später war er mit seinem Kind im Halmbad und wie er reih um die anderen Väter und deren Körperbau betrachtet resümiert er dass er nun ja auch schon ins Alter gekommen sei und sein etwas hängender Busen somit normal sei im selben Moment bekommt er Schmerzen seiner Brustwirbelsäule erstaunt über die Präzision beschließt er seinen kleinen Erfahrungsbericht dem Bill zu erzählen wissen wenn sie das alles einmal so erlebt haben das eine und das andere kleine Wehwehchen und das richtig interpretieren können dann werden sicherer und sicherer und sicherer dann haben sie die Angst verloren eine nach 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 meiner heutigen Sicht immer Selbstwert Einbrüche konfliktaktiv mal länger mal kürzer entsprechend auch die Heilungsphase mit unterschiedlich heftigen Schmerzen seit wir nicht mehr zusammen arbeiten gingen die Schmerzen zurück vor 14 Tagen habe ich angefangen meine Wohnzimmer und Küchenmöbel auszuräumen weil wir die Fußboden erneuert haben es war ziemlich anstrengend Bücken Leiter besteigen und so weiter als ich fast fertig war kam wieder eine Situation wo mich mein Mann vor meiner Freundin erniedrigte das hat mich so getroffen dass ich das Zimmer verlassen habe und mir die Tränen gekommen sind die Sache hat mich eineinhalb Tage beschäftigt dann hatte ich mich beruhigt dann kamen die Schmerzen sie dauerten auch eineinhalb Tage ich habe genau darauf geachtet jeder andere hätte gesagt dass es vom schweren arbeiten gekommen ist sie hat schon richtig interpretiert wieder zentraler Selbstwerteinbruch ein Mann schreibt es ging um den Heiratsantrag von mir an meine Liebste ich wollte sie damit überraschen und auch alles gut vorbereitet haben der Verlobungsring war schon besorgt und alles andere auch nur die Blumen musste ich am Vorabend noch kaufen Lilien schienen mir perfekt da ich in einem Buch las sie seien die Blumen der Liebe die Blumen Verkäuferin fragte mich für welchen Anlass diese sein sollen als ich ihr sagte diese sind für den Heiratsantrag meinte sie es werden Grabbeigaben das traf mich nichts desto trotz nahm ich die Lilien sie wollte unbedingt hinterher wissen ob meine liebste trotz der Blumen mich heiraten wolle nun wie geplant machte ich meinen liebsten den Heiratsantrag nachdem sie ja sagte gingen wir in ein Restaurant und nun merkte ich wie mein Rücken anfing zu schmerzen ich wusste sofort das ist die Heilung diese wurden rasch stärker zwei Tage später waren diese dann auch schon wieder völlig abgeklungen mir war klar dass die Bemerkung Grabblumen und sie wolle wissen ob es deswegen trotzdem klappte mein Selbstwert Einbruch war und solange aktiv bin solange dauert die Heilung und wenn ich das weiß ist das schon nicht mehr so voll erschrecken also alltägliche Geschichte ein 25 jähriger System Administrator er beservist von zu Hause den Server seiner Firma plötzlich bricht dieser zusammen und er schafft es nicht diesen Server wieder hoch zu fahren der E-Mail Verkehr der Firma war zusammen gebrochen als er das realisierte ist es ihm durch Mark und Bein gefahren er holte Hilfe den Server wieder flott zu bekommen dauerte den kompletten nächsten Tag bis zum Abend als er die erste E-Mail vom Firmanserver auf sein Handy bekam wusste er jetzt funktioniert wieder alles im nächsten Moment hatte er im Kreuz massive Knochenschmerzen ein zwei Tage später bekam er Schmerzen in der Ohrspeicheldrüse rechts den Brocken nicht zu fassen kriegen also die E-Mails welche nicht mehr versendet wurden das ist gelbe Gruppe wieder wieder paar Tage später war ein Gespräch mit dem Vorgesetzten wegen dem Server Zusammenbruchs anberaumt er dachte er werde von ihm nun niedergemacht dem war aber nicht so nach diesem Gespräch bekam er für zwei Tage Migräne die Frontalangst aber wie gesagt beim Knochen das kann im selben Moment passieren die Heilung Phasenschmerzen bemerken bei diesem 45 jährigen sind wir auf sein chronisches Kreuz gekommen also er hat seit der Jugend hat er massive Probleme mit dem Kreuz hat deshalb auch Friseur gelernt damit er sich nicht plagen muss und so zwei dreimal im Jahr lag er für eine Woche flach und hat sich nicht bewegen können und sein Konflikt war mit zehn Jahren einen Tag vor Muttertag er hat irgendwas angestellt die Milch war gerade am übergehen das ganze Haus roch nach verbrannter Milch und die Mutter war fuchsteufelswild auf den Buben und um gut Wetter zu bitten überreicht er der Mutter das Muttertags Geschenk einen Eiffelturm mit Zündhölzer auf ein Blatt Papier aufgeklebt die Mutter nimmt das Blatt und zerreißt das Blatt und damit ihren Jungen das war sein zentraler Selbstwertheinbruch mit der Schiene immer wenn die Mutter mit ihm schimpfte lag er anschließend flach und übergehende Milch wenn der übergehende Milch roch lag er ebenfalls flach und die Milch schien hat das sofort lösen können da reagiert er überhaupt nicht mehr drauf durchs Erkennen mit der Mutter das hat er ganz stark runter transformieren können jetzt war sie einmal krank und er hat sie gepflegt und da war wieder der kleine Bub und hatte anschließend wieder Kreuzweil und du bleibst ihr dein Leben lang bubt der Mama das wird er erst lösen können wenn es die Mutter nicht mehr gibt und wahrscheinlich war er doch schuld daran dass da die Milch übergegangen ist und deshalb hat sich bei ihm die Milch als Schiene einprogrammiert Achtung damals war es komplett gleich so ist der Mechanismus so das ist ein biologischer Konflikt da werden auch die Schienen einprogrammiert bei dem Konflikt also Dreh- und Ankelpunkt in der Germanischen der muss gefunden werden dieser Moment und bevor sie da zum Denken kommen ist alles schon passiert ein ähnlicher Fall ein 40 jähriger geschiedener und alleinstehender Mann hat immer beim Abwasch des Geschirrs Rückenschmerzen sonst nie das würde man ihm gar nicht abnehmen das ist ein Ausred oder Er rätselt ob eventuell die Spüle eine etwas ungünstige Einbau Höhe habe eine andere Erklärung kommt ihm nicht in den Sinn Er belegt ein Grundlagen Seminar und begreift dass das Geschirr abwaschen die Schiene zu einem zentralen Selbstwert Einbruch sein müsse Ein paar Tage später wusste er seinen Konflikt als als etwa zwölfjähriger wollte er seiner Mutter eine Freude am Muttertag bereiten und wusch das Geschirr in der Spüle Er sagte zu ihr Jetzt sehe ich welche Mühe du tagtäglich mit uns hast Der Mutter geriet das in den falschen Hals und sie schrie Hau ab ich wasche selbst ab Die Mutter war psychisch krank und war auch schon verstorben Durch das Erkennen seines Konflikts löste sich diese Schiene und nun wäscht er ab ohne Kreuzschmerzen Also ein Konflikt ist dann gelöst wenn es nicht mehr passieren kann und das kann nicht mehr passieren die Mutter liegt am Friedhof aber oft ist so ich muss erst hinfinden zum Konflikt ich kenne mich damals und ich kenne mich heute und dadurch erkenne ich den Unterschied Damals lebte die Mutter heute lebt ich nicht mehr und dann erst lösen sich diese Schienen auf Also ich verweise da auf den Studienkreis Schienen das ist auch ein ganz wichtiges Thema da hat man viele Aha Erlebnisse ein Bandscheiben Vorfall dass er im Rollstuhl landet im Winter hatte mich ein Hexenschuss derartig erwischt dass ich bewegungsunfähig in einem Rollstuhl direkt von meinem Schreibtisch ins Krankenhaus gebracht wurde niemals zuvor hatte ich ernsthafte Rückenbeschwerden was war passiert im April hatte ich bei einem neuen Arbeitgeber in der Schweiz als Reisebus Fahrer im Fernreiseverkehr angefangen schon zehn Wochen nach der Einstellung wurde ich ins Büro gerufen als studierter Betriebswirt sollte ich Abteilungsleiter der Gruppenreiseabteilung werden Im November trat ich meine neue Position an Ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht dass eine ganze Clique von Frauen im Unternehmen ebenfalls auf diese Position lauerten Einigen wurde sie sogar in Aussicht gestellt Und da kommt der Ausländer auch noch ein Bus Fahrer vom Betriebswirt wusste niemand und schnappt sie ihnen weg Also wurde ich fortan nach allen Regeln der Kunst gemobbt und sauer gekocht Niemand sprach mit mir in der Cafeteria Alle mieden mich spürbar Ich hatte keine Idee warum Hat im Gegenteil das Gefühl Ich gebe mir menschlich alle Mühe und mache gute Arbeit Nach kurzer Zeit suchte ich unseren Geschäftsführer auf und fragte ihn ob irgendetwas nicht stimmt Er teilte mir mit dass man mit meiner Arbeit äußerst unzufrieden sei und listete mir einige Unzulänglichkeiten auf die er selbst eigentlich gar nicht beurteilen konnte und die überhaupt nicht stimmten Das war ein gigantischer Selbstwersteinbruch mit allen Merkmalen des DHS Ich kann mich noch sehr gut erinnern wie schockiert und niedergeschlagen ich sein Büro verließ Nach etwa vier Wochen legte ich bei einer der regelmäßigen Abteilungsleiter Sitzungen die Zahlen meiner Abteilung vor die meiner Abteilung und meiner persönlichen Arbeit ein Bestzeugnis bescheinigten Zeitgleich kündigten zwei der Damen die am Mobbing beteiligt waren Das Klima verbesserte sich schlagartig Der Konflikt war gelöst Nur wenige Tage danach saß ich morgens auf meinem Bürostuhl und kam vor Schmerzen nicht mehr hoch Offensichtlich war die Wirbelsäule geschwollen und hatte dabei den Nerv gedrückt Im Krankenhaus hat man mich geröntgt nichts gefunden und mich dann einfach im Bett liegen lassen bis die Schmerzen nach ließen Bis auf die schmerzstillenden Spritzen zu Begin man bekam mich vor Schmerzen nicht auf den röntgten Tisch haben sie Gott seidank nichts falsch gemacht Damals fand ich die Nicht Behandlung unzumutbar dürftig Heute weiß ich dass es vermutlich zufällig richtig so war Ja Sagen wir wer kennt nicht dieses Kreuz wie gesagt ihr habt Jahre darunter glitten und da bist du wirklich ein armes Schwein wenn du nicht bewegen kannst Jetzt kann es passieren dass die Wirbelkörper in sich zusammen brechen und zusammen sind dann die werden quasi dünner und dadurch wird man auch kleiner also die ältere Menschen die werden ja dann kleiner also dieser Geschäftsmann wurde aufs Kreuz gelegt und der ist um mehrere Zentimeter kleiner worden und hat natürlich massive Probleme mit der Wirbelsäule das ist ein Röntgen von der Olivia sie hatte Rechts Wilmstumor und auf derselben Höhe hier habe ich Krebs hier tauge nicht australisierte ihr da dieser Dornfortsatz dieser Querfortsatz und sie hatte auch Leukämie dann in der Heilungsphase also offiziell hatte Olivia nur Wilmstumor das ist ein Nieren Züster da muss man gar nichts tun abwarten die neun Monate und wenn es mechanisch stört schneidet man es raus offiziell aber in Wirklichkeit hatte sie Leber Krebs sie hatte Hirn ÖDM sie hatte Knochen sie hatte Leukämie und das hat man alles vertuscht man wollte nur Wilmstumor weil Wilmstumor das ist zu 95% heilbar und die Eltern sind ja wirklich dumm wenn sie so eine Chance quasi ablehnen aber dass sie Leberkrebs hatte Leukämie hatte Knochenkrebs Hirnmetastase laut Schulmedizin da hätten sie zugeben müssen da haben wir nur 5% heilung und dann hätten sie aber die Zwangstherapie nicht rechtfertigen können und die Gefahr dass Hammer das Kind gesund bekommt das wollten sie einfach nicht eingehen das ist die Schulmedizin 2003 2002 bat mich Hammer ich soll sein Röntgen von der Wirbelsäule auf die Homepage setzen wegen der drohenden Verhaftung Frankreich und das hat aber die Franzosen überhaupt nicht beeindruckt und dann haben sie ihn 2004 abgeholt und dann saß er bis 2006 in Frankreich im Knast da können sein Fingertuch stecken sein Selbstwert Einbruch war der Rauswurf aus der Klinik bei Rosenheim da haben ihn die Ärzte eben vor die Klinikleitung vor die Alternative gestellt entweder schwörst ab oder du verlässt die Klinik und Hammer ist er Stier im Sternzeichen und Sturschädel im Aszendenten gewesen abschwören als Friese das geht nicht und er verließ halt die Klinik aber das war sein Selbstwert Einbruch zentral und jetzt wenn es mit der germanischen bergab ging war er konflikt aktiv und wenn er Land gewonnen hat kam er in die Heilung und er hatte chronisch Kreuzweh er hatte auch chronisch myeloische Leukämie aber er hat das ja nicht nur entdeckt gehabt er hat ja auch damit ganz gut umgehen können die hatte er 30 Jahre lang aber so nach Röngten her zu beurteilen war er halt mehr konfliktaktiv als in Lösung ja es war ja keine Lösung in Sicht und da sieht man auch der große Meister hat so seine Konflikte gehabt die er versucht hat zu lösen aber es nicht schaffte er hätte müssen quasi die germanische legal kriegen und hat es halt nicht geschafft übrigens das ist auch mein Ziel es muss die germanische legal werden weil mir hilft auch der beste Therapeut nichts wenn ich nicht dorthin laufen darf mit meinem krebskranken Kind es muss legal sein und vorher gebe ich auch nicht auf ich habe nichts Wichtigeres gerade zu tun als das der Bierbauch das Bier ist zwar nachhaft aber so auch wieder nicht und es gibt Alkoholiker die sind der Strich in der Landschaft und wenn man schaut der ist auch nicht wirklich fett der hat einfach nur einen ordentlichen Bierbauch und der hat Syndrom und zwar hat er dort wo der Bauch am dicksten ist hier genau rückwärts hat er Kreuzweh und der Knochen in der Heilung und jetzt schwitzt er quasi das Wasser durch und sammelt sich da vorn so erklärt das Hammer weil er also der hat einen Selbstwert Einbruch meist in einer hängenden Heilung chronisch Kreuzweh und an so einem Flüchtlingsexistenz Konflikt aktiv und das ist der Bierbauch und entweder löst er den Selbstwert Einbruch oder den Existenz Konflikt oder beide und dann ist der Bierbauch weg und ich sah auch einmal so aus und ich hatte ja chronisch Kreuzweh auch einen Existenz Konflikt und der Bierbauch ist weg weil mein Kreuzweh weg ist und da habe ich echt angestrengt dass ich den Konflikt also ich wusste ihn relativ rasch aber ich habe vier Jahre gebraucht bis ich die Schienen gefunden habe welche Konflikte man auch erleiden kann der hat am Steißbein einen Austerlyser weil ihm die Frau die Hundestellung verbot blöde Konflikte dann die Rippen eben in Folge der Brust Amputation dann die Hühner oder Trichter Brust ist auch ein Selbstwerte Einbruch das Dekolleté betreffend wobei die Heilungsphasen erfolgen aber in Folge von Vitamin D Mangel mangelhaft also wir gehen zu wenig in die Sonne wir tragen zu viel Kleidung da sagt man auch Rachitis und der wird natürlich es meiden mit bloßem Oberkörper ins Freie zu gehen weil die Leute starren ihn an und dann hat er wieder seinen Selbstwerteinbruch und da muss man dann chirurgisch unter Umständen eingreifen der Knochen ist unser Gewissen dieser Ehemann fuhr immer wieder Schwarzarbeiten und er war nie zu Haus und da gab es Eheprobleme und dann fuhr er wieder zu seiner Schwarzarbeit mit dem Motorrad rutscht aus und knackst sich die Rippe an und an und für sich sagen wir in der Natur ein Knochenbruch ist die Katastrophe also wenn sie die Katzelle den Lauf bricht das war es dann für uns ist ein Knochenbruch kein Beinbruch wir wissen das gibt drei Wochen Krankenstand also bei uns in unserer Gesellschaft für uns Menschen verläuft die Heilung in der Regel ohne Komplikation wenn sie sich aber beim Trampen durch die Rocky Mountains das Bein brechen haben sie auch ein Riesenproblem und es gibt einen sogenannten also ich habe auf alle Fälle wenn ich mir den Knochen breche im Hirn den Hamerschen Herd obwohl die Germanische nicht für Verletzung gilt aber die Heilung verlauft ja wieder vom Hirn aus gesteuert also ich habe meinen Hamerschen Herd im Hirn aber für uns Menschen ist das in der Regel kein Problem und wir lösen das anstandslos und das verheilt aber ich ist die Wetterfülligkeit auch und bei ihm hat sich jetzt als Schiene nicht das Motorradfahren oder der Unglücksort einprogrammiert sondern das Schwarzarbeiten das schlechte Gewissen der Frau gegenüber also jetzt passiert mir das auch noch dazu die schimpft eh schon so weil ich nicht zu Hause bin und jetzt verletze ich mich auch noch und jetzt war für ihn die Schwarzarbeit und die Schiene führt diesen Bruch an der Rippe und 20 Jahre später sagte die Frau wenn du jetzt einmal nach Schwarzarbeiten gehst lass mich scheiden 20 Jahre später eine geduldige Ehefrau und das war die Lösung und er kam in eine Heilung der bekam ein Ewing Sack home das war eine riesen Knochen Wulst schlussendlich und das hat ihm das Leben gekostet vor allem weil er nirgendwo Hilfe fand man hätte nur das rausholen müssen diese Knochenmasse das ist auch nicht so dass die Knochenmasse Kallus irgendwie das im Körper rum verteilt sondern das ist wie so ein dünnes Häutchen und das wird dann fest und dann kompakt das klebt nirgendwo fest das hätte man nur in einer entsprechenden Operation raus nehmen müssen aber glauben dass sich da irgendein Chirurg irgendeine Klinik dazu bereit erklärt hätte nö Morphium umbringen das aber nicht helfen das hat ihm das Leben gekostet wäre aber überhaupt kein Problem gewesen mit einer Operation wäre der heute noch am Leben aber die wollen halt nicht wissen so was nützen mir da diese ganzen Möchtegern Therapeuten gar nichts gar nichts nützen mir die also das war mein Kreuzweh und zwar ich war über Jahre in Verhandlung mit meiner Frau wegen eines fünften Kindes ich wollte nur fünftes Kind und meine Frau legte immer Veto ein in der kleinen Wohnung tut sie sich das nicht an dann wenn das Haus steht können wir drüber reden und 2004 stand das Haus und ich hatte gerade das Auto ganz neu also ein Van habe noch nie so ein riesen Schiff besessen und wir waren im Bett zugange und meine Frau sagt Achtung gefährlich Eisprung und ich sage mach dir nichts wirst halt schwanger und meine Frau schmeißt mich aus dem Bett und da mit der Prostata reagiert ich habe mit der Haut reagiert und mit dem Becken meine Frau möchte kein Kind von mir und Kreuzbein der sexuelle Selbstwerteinbruch und das Becken mit der Schiene Auto und Haus und so wirklich gelöst also das war 2004 ich wusste aber meinen Konflikt also zwei Monate später bin ich aus dem Stuhl nicht mehr hoch gekommen und landete in die Krücken ein Monat und dann immer wieder so eine Woche wo ich mich nicht bewegen habe können und 2008 fand ich meinen Konflikt fand auch die Schienen und dann war das Kreuzbein weg und jetzt vor zwei Jahren wollte ich wieder neuen Wehen kaufen und wir wollten einen Zubau machen und es klappte finanziell nicht und ich bekam wieder genau dieses Kreuzbein was von 2008 bis 2016 oder 15 weg war aber das komplett an derselben Stelle das komplett derselbe Schmerz und das hat einen Monat dauert bis ich die Schienen erkannte Auto und Haus und jetzt ist weg jetzt ist wirklich weg also wie gesagt und wenn Sie da 2015 der Konflikt war 2004 der Rauswurf aus dem Bett vor elf Jahren das finden Sie nie das finden Sie nie wenn Sie da nicht schon im Vorfeld Bescheid wissen ja die Symptome folgen ja in der Regel am Fuß also wie gesagt zwei Monate später landete ich in den Krücken und da hatte ich den Konflikt noch frisch in Erinnerung und den habe ich bis heute dadurch auch gemerkt aber elf Jahre später den Konflikt draus zu finden das schafft niemand kann mir nicht vorstellen das war ein live fall auf ein Hamer Seminar diese Mutter hatte Osteolysen im Becken partnerseitig und im Schambein Mutterkin seitig das Schambein ist der sexuelle Selbstweiteinbruch im Bett taug ich zum Beispiel nicht beim Mann typischerweise die Prostata Entfernung der ist ja impotent im Bett taugen hat dann australisiert ihm das Becken und dann heißt ja die Kribbelkrabbelzellen der Prostata sind im kleinen Becken im Schambein Schwachsinn oder bei der Frau typischerweise wenn der Mann ein Jüngere hat das kann ich ihm im Bett nicht bieten dann australisiert ihr das Schambein und ihr Konflikt war ihre junge Tochter wurde von deren Freund geschwängert und ich glaube die Tochter musste dann auch abtreiben also das war ein Riesen Konflikt für die Mutter und sie gab die Schuld dem Freund Baby ist Becken partnerseitig und dann kommt die Mutter drauf dass ihr Tochter mit dem Freund der wieder ins Bett steigt und jetzt gab sie der Tochter die Schuld Schambein Bett sexuell Mutter kindseitig also jeder Knochen hat seinen eigenen Konflikt Inhalt und das muss man halt aufdröseln können und sagen wir wenn man das einmal von Hamer vorzelebriert bekommen hat also das ist die Seminare mit Hamer das war immer das war immer ein Highlight die Hüfte nicht durchsetzen kann so wie der Stier anschiebt er nicht durchsetzen kann dieser Fall wird von der Uni Nürnberg als Wunderheilung rumgereicht er spielt in den 70er Jahren da hat Hamer noch gar nichts entdeckt gehabt und wir kennen den Fall weil der Onkel ist Studienkreisleiter und der hat das dann schlussendlich aufdröselt und zwar bei dem Buben hat sich die Hüfte also das Gelenk der Kugelkopf der war weg aufgelöst den hat es nicht gegeben der hatte so ein Scharnier und heute würde man da routinemäßig ein künstliches Gelenk einbauen und der Konflikt war die Mutter war am besten Weg eine Karriere als Popsängerin zu machen die hatte Verträge um hunderttausende D-Mark in der Tasche und für ihren Sohn immer seltener Zeit er konnte sich der Mutter gegenüber nicht durchsetzen er ist bei der Mama nicht an erster Stelle das war der Konflikt beim Kind und jetzt hat sie die Hüfte aufgelöst und weil es beim Buben bergab ging hat die Mutter die Konsequenzen gezogen hat ihre Karriere an den Nagel gehängt hat sich ihrem Sohn gewidmet und das war die Lösung und das Gelenk hat sich neu gebildet ohne künstliches Gelenk selber hat sie das repariert und heute ist er Selbstmusiker sagen wir wenn ich beim Zahn zum Beispiel ein Loch habe und löst ein Konflikt füllt sich das Loch mit Kallus wenn ich in der Hüfte ein Loch habe und löst es füllt sich das Loch wieder mit Kallus wenn ich aber im Zahn bohre und was vom Zahnbein wegschleife und weg mache oder wenn ich den Knochen wegsäble da repariert sie nichts mehr aber von sich aus füllt sie das wieder auf und repariert sich wieder das kann unser Körper ja der Fall endete in der Katastrophe der Schenkelhals der 17 Jährige verbrachte die Ferien beim Onkel der der Firma und der Onkel dachte der Bub kann sie nützlich machen kann mal Lager auf Vordermann bringen der Bub fühlt sich überfordert ruft die Mama zur Hilfe und die Mama schickt die Oma und da erlitt der Bub den Selbstwerteinbruch ohne meiner Mama stehe ich das nicht durch Schenkelhals Mutter kindseitig und die aktive Phase tut ja nicht weh und die Lösung war Schulbeginn und er war befreit kam in die Heilung und Schmerzen Schulmedizin und man diagnostiziert den Buben Knochenkrebs und wollte ihm das halbe Becken wegsebeln samt Bein und das wollte der Bub natürlich nicht war aber noch minderjährig und waren beim Hammer und ja jetzt musste er da durch durch die Heilung koste es was es wolle und dann stürzte der Bub zu aus brach sich den Schenkelhals und jetzt floss Kallus aus also das mit dem Kallus ist was ganz gefährliches sagen wir die Knochenhaut ist sehr zäh und wenn ich die eröffne wenn ich da rein punktiere zum Beispiel dann kann im Knochen kein Druck aufgebaut werden es ist aber der Druck von Nöten damit es durch kalzifiziert und jetzt wird der Kallus produziert und das fließt aus der Einstichstelle aus und erhärtet dann in der Umgebung lassen sie sich um Himmels Willen nicht reinstechen zu schauen ob das gut oder böse ist sowieso Unsinn ob es aktiv oder gelöst ist sieht man vom Symptom her beziehungsweise macht man Schädel CD und bei ihm ist der komplette Schenkelhals gebrochen in der Heilung und jetzt floss der Kallus aus der bekam einen Oberschenkel mit 30 Zentimeter Durchmesser nur Kallus Masse wenn man da drauf klopft hat das war alles hart wäre noch nicht das Problem muss man warten bis das zum Stillstand kommt die Knochen Knollen rausschälen aber dann kam er in die Leukämie und diese Möchtegern Therapeuten zuvor haben sie alle eine große Lippe riskiert aber als der als plötzlich es geheißen hat der Leukämie war kein Therapeut erreichbar alle Schiss gehabt weg waren du hast niemanden erreicht und der Bub ist zu Hause im Bett verblutet der hat die Milz reagiert die Milz nekrotisiert saugt die Blutplättchen ab die Thrombozyten und da blutest du aus den Augen aus dem Mund aus der Nase aus den Ohren aus allen Poren und das ist da passiert das Bett war einzige Blutschlacht der hat sich so die Blutwürste raus tun daraufhin ist die Ehe kaputt gegangen die Mutter war immer pro Hamer der Vater war immer pro Schulmedizin eine einzige Katastrophe und für solche Fälle brauchen wir eine Klinik Ist Ist Anfang 2003 wurde ich schwanger eigentlich nicht so ganz geplant da ich zu diesem Zeitpunkt beruflich sehr eingespannt war ich arbeitete in einer kleinen Bank und hatte das Aufgabengebiet das in anderen Banken drei Abteilungen beschäftigt ich habe damals gemeint ohne mich läuft die Bank nicht kurz nachdem ich die Schwangerschaft im Betrieb bekannt gegeben hatte so in der siebten Woche bekam ich extreme Ischias Schmerzen keiner konnte mir helfen alle meinten nur das hat man doch normalerweise erst am Ende der Schwangerschaft ich war zwar zeitweise beim Akku punktieren aber es ging nicht weg als dann mein Mutterschutz näher rückte wollten mein Arbeitgeber und ich eine Lösung finden wie ich nach der Geburt möglichst schnell wieder arbeiten könnte leider fanden wir keine Lösung die für beide Seiten akzeptabel war kurz einer meiner Chefs stellte sich quer was damit endete dass er meinte er spricht nicht mehr mit mir ich war natürlich fix und fertig da ich gemeint hatte dass ich nach über zehn jahren betriebsangehörigkeit keinen solchen abgang verdient hätte im mutterschutz dann circa zwei bis drei wochen vor der geburt waren plötzlich meine schmerzen wie weggeblasen auch das konnte sich keiner erklären im Nachhinein habe ich jetzt erfahren durch eine Kollegin die den Brustkrebs mit Hilfe der germanischen besiegt hat woran es wahrscheinlich gelegen hat bei einem treffen erzählte sie mir ihr Mann hätte zurzeit schlimme ischias schmerzen aber der sollte halt seinen standpunkt ändern der hat im job gerade ziemliche probleme das war meine erleuchtung nachdem ich während meines mutterschutz mit meinem partner eltern und ein paar kollegen über das schlimme erlebnis in der bank gesprochen hatte habe ich mich einfach von meinem job verabschiedet und mir gedacht die können mich mal in dem moment habe ich meinen standpunkt zu der ganzen bank geschichte geändert und plötzlich waren meine schmerzen weg also die hat das schwierigste geschafft die innere einstellung zu ändern die aktien raus zu bekommen aus diesem thema das ist schwierigste sagen wir bank meiden das ist auch nicht so einfach ich muss kündigen aber das ist einfacher quasi als die innere Einstellung zu ändern übrigens habe ich zwischenzeitlich noch ein weiteres Kind bekommen und Ischias Schmerzen waren diesmal kein Thema mehr also wie gesagt es gibt immer mehrere Möglichkeiten einen Konflikt zu lösen die dodelsichere Variante ist Schiene meiden einfach meiden das Thema meiden die Person meiden den Arbeitsplatz meiden sie haben viele Themen die sie einfach meiden und sie haben da jedes Recht dazu macht da jedes Viecherl der hat Ischias auf der Mutter Kind Seite ein 70 Jähriger es muss sich um einen zentralen Selbstwert Einbruch handeln mit sexuellem Inhalt der mit Mutter oder Kind zu tun hat also er sprach mich an auf einen Vortrag er hat so chronisch Ischias und ich sage ihm sexueller Selbstwert Einbruch betreffen Mutter oder Kind er brach sofort den Tränen aus und sagte sein Sohn ist schwul und das ist natürlich für den Vater Handgelenk als Situation hat den Griff kriegen Über ein Jahr lang hat er Schmerzen im Partner Handgelenk links Die Ärzte fanden keine Ursache wollten ihm das Handgelenk versteifen Von heute auf morgen waren die Schmerzen vorüber Der Konflikt seine Partnerin ging fremd Als er sie nach einem Jahr zum Teufel jagte waren die Schmerzen schlagartig verschwunden Also da kam er aus der hängenden Heilung raus und Aber das ist eine schöne Geschichte Die habe ich erst kürzlich herumgeschickt aber ich lese es mal vor Ich weiblich und seit fünf Jahren an der germanischen Heilkunde interessiert möchte heute meinen zweiten Erfahrungsbericht mit anderen teilen Für die bevorstehende Hochzeit wollten wir beim ortsansässigen Goldschmied die Trauringe kaufen Da die Auswahl im Schaufenster nicht unseren Vorstellungen entsprach nutzte ich eine Gelegenheit bei der ich in der Nähe des Geschäftes war um mal kurz die Möglichkeiten eines Zukaufs von anderen Ringern durch den Goldschmied abzuklären Es entwickelte sich ganz schnell ein angenehmes Verkaufsgespräch bei dem der Inhaber des Geschäftes meine Vorstellungen abtastete und auch schon ein oder zwei Ringe probiert wurden Er bat mich zwei Tage später nochmal zu kommen da er noch Ware erwartet also bin ich wieder hin und habe auch meine Auswahl getroffen natürlich musste dieser Ring auch meinen zukünftigen Ehemann gefallen und der seinige dazu ausgesucht werden also sind also zusammen drei Tage später hin die Ringe wurden probiert und bestellt nach einer Woche bekam ich einen dicken Finger genau der Finger für den der Ring bestimmt war ich wusste genau dass es mit dem Kauf zu tun haben musste eine Verletzung konnte ich ausschließen 14 Tage nach der Anprobe durften wir die Ringe abholen die Schwellung war zwar schon leicht zurück gegangen aber der Ring passte nicht der Goldschmied war völlig irritiert es war ihm noch nie passiert dass er sich vermessen hatte er holte das Probeteil mit welchem er die Anprobe durchgeführt hatte natürlich passte der auch nicht ich erklärte ihm dass das wieder gut wird und der Ring letztlich passen wird er erwähnte auch sicher zu sein dass der Kauf mit der Schwellung im Zusammenhang steht ich aber noch nichts genaues weiß wir nahmen die Ringe mit wobei er die Option zum Tausch mit auf den Weg gab eine Weile habe ich überlegt wann es zum DAS gekommen ist war es die Angst oder Befürchtung dass ich diesen Ring nicht bekommen würde das konnte es nicht sein dann war es mir plötzlich klar meine Hände pflege ich normalerweise sehr trage auch meistens längere lackierte Nägel nun hatte die Gartenzeit begonnen und meine Hände sahen elendig aus selbst die Nägel waren eingerissen in diesem Zustand schlenderte ich in das Geschäft um nur eine Absprache zu treffen und plötzlich streift mir der Goldschmied einen Ring über den Finger in diesem Moment habe ich mich riesig geschämt wegen meiner Hände am liebsten wäre ich im Boden versunken ein Selbstwertheinbruch genau den Finger betreffend der den Ring anprobierte ab diesem Tag begann ich wieder ganz intensiv die Hände und Nägel zu pflegen und war nach etwa einer Woche wieder zufrieden mit mir das setzte die Schwellung ein die Dauer der Heilung habe ich allerdings unterschätzt nach etwa 8 Wochen passte der Ring erst wieder das ist zwar eine undramatische Geschichte aber das Wissen um die Dinge hat mir einige Nerven gespart und dem Goldschmied letztlich auch die Natur ist genial wie schön wenn man sie versteht so jetzt ist natürlich die Frage wieso hat das 8 Wochen gedauert und die Konfliktmasse war ja nur eine Woche jetzt kann das natürlich sein dass die Intensität hoch war also die Flächen entsprechen sich also ich war nur eine Woche konfliktaktiv aber sehr intensiv und dann entsprechend flach aber länger dauert dann die rote Heilungsphase oder was auch möglich ist und was ich vermute weil das Phänomen findet man auch öfters also ich baue Konfliktmasse auf und komme in die Heilung aber ich habe den Konflikt noch nicht ganz gelöst ich habe wieder mal Rezidiv ich komme wieder in die Heilung aber dann denke wieder meine Güte war das peinlich da beim Gold Schmid habe wieder Rezidiv komme wieder in die Heilung bis dann ich irgendwann einmal drüber stehe so glaube ich so wird das meistens sein also ich komme nicht in eine definitive Lösung sondern ich komme in eine hängende Heilung bis das dann gegessen ist ich meine das ist ja eigentlich ein Lappalier und bis man dann echt einmal drüber hinweg ist so wird das bei diesen Geschichten so sein wir haben ja zwei Hunde und meine Frau die hat ein Riesenproblem den Schäfer festzuhalten wenn der anreißt dann reißt er sie mit um und dann lässt sie vorher aus und hat da beide Hände betreffend die Finger involviert und in der Heilung hat es dann so steife Finger dick ein bisschen angeschwollen ja da braucht jetzt nur noch eine Wassereinlagerung sein oder hat es eh vielleicht sogar ein bisschen eine Wassereinlagerung und deshalb hat es vermehrt die Schmerzen also Gicht im Prinzip ist es das Gicht und um die Schiene zu meiden an der Leine gehen zu müssen haben wir das Gaxi Taxi eingerichtet also damit wir nicht durchs Dorf an der Leine gehen müssen schaffieren wir die Hunde scheißen in den Wald aufs Feld und da können wir sie losleinen und da können sie rumlaufen um die Schiene zu meiden und sagen wir es ist ja auch am Morgen und am Abend das ist ja ein schöner Spaziergang auch das ist ein Oster Sarkom der 15 jährigen hat man in der Heilungsphase so einen Schnitt verpasst und das ist dann rausgekommen das hat ihr das Leben gekost obwohl die Ärzte wissen dass das passieren kann machen sie es trotzdem jetzt kann man auch ein Sportlichkeits Selbstwerteinbruch für jemanden anderen erleiden wie gesagt der Knochen ist auch das Gewissen ich beginne da am besten die Olivia hat die Modefachschule gemacht und musste von der Schule aus öfters modeln und sie ist an und für sich introvertiert sie hat damals auch ihr Fett abbekommen aber so am Laufsteg wo man nicht sprechen muss und wo man ein bisschen Geld verdient das ist nicht so schlecht und dann war Maturreise in der Türkei und da hat eine Wiener Zeitung einen Model Wettbewerb abgehalten und hat Olivia daran teilgenommen und eine Woche später zu Hause bekommt sie den Anruf von der Zeitung bist du die Olivia ja wir organisieren dir eine Model Karriere und da haben sie alle durch telefoniert ORF ZDF Pro 7 Olivia wird Model ja wir organisieren ihr eine Model Karriere und ich sah die Olivia am Laufsteg mit einer Schleife geheilt durch Chemo gesponsert bei Bayer Leverkusen ich habe die absolute Krise bekommen und habe meiner Tochter einen Arbeitsplatz finanziert ich habe sie angestellt und am ersten Tag als sie Platz nahm wenn ich da aus der Hocke ging schoss mir die Gelenksflüssigkeit im linken Knie vor einer Seite auf die andere das hat regelrecht geschnalzt hat nicht weggetan aber drei Tage später kam ich in eine hängende Heilung mit dem Knie über mehrere Monate des Nachts ins Bett gehen und Decke zu und Schüttelfrost und das Knie rot und geschwollen und Schmerzen und bis ich erklärendes Gespräch führen konnte mit meiner Tochter und sie sagte Papa mit der Narbe soll ich Model werden sie hat quer durch den Bauch eine Narbe und das war für mich die Erlösung dann waren sofort die Schmerzen weg und mein Konflikt war Knie Sportlichkeit Mutter Kind also ich bin schuld dass die Olive nicht am Laufsteg laufen kann und motorisch Schüttelfrost ist die Krise von motorischem Konflikt wegen dem Laufen und ich kam da in eine hängende Heilung und der erlösende Satz Papa mit der Narbe kann ich nicht Model werden das war für mich die Erlösung also die hätten meine Tochter weiter missbraucht für ihre Schandtaten und da hättest heute auf jeder Chemopackung ein Konter von Olivia schaut Eltern wie gut die Chemo ist und gib es doch euer Kind her ein bisschen Gift Gas schaut ja nicht und dann haben wir unseren Jux erlaubt die Olivia war ja volljährig und als da die Medien da durch telefoniert haben sagten wir was wollt ihr ein Foto von der Olivia oh das ist teuer worden 250.000 Euro ein Interview ein Fernseh Interview mit der Olivia oh das ist ganz teuer worden 500.000 aber zuerst das Geld und dann reden wir weiter und natürlich das war alles utopisch aber das war dann die Antwort trau dich doch Olivia gegen den Willen der Eltern werde Model das war die Antwort zwischen Tür und Angel ein Konflikt finden eine Teilnehmerin an einem Vortrag berichtete sie habe am Partnerknie zuerst Abnutzungserscheinungen gehabt und schließlich habe es sich zu einer Gicht entwickelt was hierfür die Ursache sei also Abnutzung gibt es nicht wenn ich schwer arbeite wird die Haut dünner oder dicker die wird dicker Abnutzung gibt es nicht also ist das nichts anderes als ein aktiver Selbstwerteinbruch ein leichterer der Knorpel betreffend und Kniesportlichkeit und dann hat sie sich zu einer Gicht entwickelt also den Konflikt hat sie lösen können und sie muss die Nierensammlerrohre zu haben so jetzt eine Detailinformation zu den Nierensammlerrohre da haben wir zwei Möglichkeiten bei den Nierensammlerrohre man lagert Wasser ein oder Harnstoff also wenn ich der Körper kann nämlich aus Harnstoff Eiweiß recyceln also wenn ich in die Wüste geschickt werde der Wald der an der Küste liegt der braucht Wasser und Eiweiß und das können die Nierensammlerrohre und man lagert Wasser ein wenn es Richtung Flüchtling geht und man lagert Harnstoff ein wenn es Richtung Existenz geht finanzieller Existenz Konflikt zum Beispiel die fragende war gärt den schlank also lagert sie nicht Wasser ein sondern was ja typisch ist bei der Gicht Harnstoff durch die Nierensammlerrohre also muss die einen finanziellen Existenz Konflikt erlitten haben also die fragende war gärtner schlank Wasser lagerte sie mit Sicherheit keine sein also müsse es bei ihr in Richtung Existenz Konflikt gehen ich fragte ob sie mit Sport Geld verdient habe und dies in Brüche gegangen war das war meine Frage und tatsächlich sie hatte eine Tanzschule Welches sich aber wirtschaftlich nicht rentierte und welches sie wieder schließen musste Tanzschule sportlich und Existenz also noch einmal wir können die Organebene ausdeutschen ich muss nur die Sprache verstehen lernen diese biologische Sprache und ich weiß durch das Individuum nicht trennbar wenn ich die Organebene kenne was auf der Psyche passiert sein muss und so können wir die Fragen ausformulieren da habe ich selber gestaunt ich bin ja kein Therapeute aber ich habe die Diagnosentabelle ein bisschen im Kopf ich stehe ja voll im Training das können sie auch da treffe ich einen auf einen Vortrag der zeigt mir sein dickes Knie und sagt das hat ein Zeckenbiss sage also das glaube ich nicht also nicht dass das damit zusammenhängt ein Monat später ruft er an er hat noch immer ein dickes Knie habe ich gesagt ruf Hamer an und Hamer fand den Konflikt raus und zwar er war mit seinen Freunden klettern und kurz vorm Gipfel ist ihm die Puste ausgegangen und sie mussten wegen ihm umdrehen kurz vorm Gipfelsturm und das war sein Sportlichkeit Selbstworteinbruch partnerseitig und ein paar Wochen später beschloss die Gruppe sie werden es erneut versuchen wo er wieder mitkommen wird und das war für ihn die Lösung und ein paar Wochen Konfliktmasse und ein paar Wochen Heilung und zufälligerweise hat er da ein Zeck gehabt ich meine genauso hätte er zufälligerweise was er sie eine Mücke entstechen können oder zufälligerweise hätte er sich ja irgendwann an Toren verletzen können aber es war halt zufälligerweise durch dieses betreute Denken durch die permanente Angst Mache ja Zeck überall hast du die Zeckenplakate und die Natur ist gefährlich und dann hast du mal einen Zeck und hast auch schon ein Problem und er kam in die Heilung und zu der Zeit hatte er einen Zeck wie oft hat man Zecken also ich bin begeisterter Pilzesucher seit meiner Kindheit immer wieder Zecken und dann ist der Zeck gewesen und alles Unsinn Borreliose ist ja so was gar nicht gibt eigentlich ich meine welche Mikroben sind da zuständig natürlich die Bakterien Borrelien sind Bakterien und der Schulmediziner der hat ja noch ein Pasteur im Kopf der vor 150 Jahren gesagt hat die Mikrobe ist schuld und in Wirklichkeit hat der Patient einen Selbstvereinbruch in Heilung da sind die Bakterien am arbeiten schneiden wir mal ein Gelenk durch was haben dafür Gewebe abgesehen von der Haut Knochen Knorpel Sehnen Muskeln Bindegewebe wir sind voll in der Orangen Gruppe und wenn dann der Patient sagt Herr Doktor ich habe in den letzten drei Jahren sicher keinen Zeckenpiss gehabt das kann schon vor 25 Jahren gewesen sein also was wollen sie mit solchen Behauptungen oder Aussagen so wie der Professor Niemits sagt die Schulmedizin ist weder belegbar noch widerlegbar das ist amorph verbreitet das ist nichts ist das ihre zwei Standbeine sind Statistik und Tierversuche das daraus lukriert sie ihr Pseudowissen mit der Statistik kann ich ihnen alles belegen widerlegen und mit einem Tierversuch was haben wir mit Ratten gemeinsam die sehen uns als Ratten was haben ich kann ein Tierversuch vor einer Gattung nicht auf eine andere Gattung übertragen der Mandelkern für uns Menschen schmeckt er für den Fuchs ist er tödlich also kann ein Ergebnis nicht auf eine andere Gattung übertragen und die Schulmedizin das ist nur Angstmache Angstmache Geschäftemacherei so wie die Kirche die Kirche ist der größte Krankenhausträger und die sind nur dazu da um uns auszusaugen das ist was Sportlichkeits Selbstreinbruch sein kann ich bin mit dem Wohnmobil unterwegs und da waren wir in Rumänien bei minus 15 Grad und ich stand auf einem Parkplatz vom Hotel und ich kann so eine Woche autark stehen aber dann brauche ich irgendwann einmal Frischwasser muss das Altwasser entsorgen und fragte den der mir das Seminar organisierte wo ich da hinfahren kann es gibt so Sanitärstationen und der fragt den Hotelier und der Hotelier der holt sich einen Mitarbeiter und dann haben mir drei Männer geholfen das Altwasser zu entsorgen in Rumänien ist das relativ locker man geht auf die Straße hält den Verkehr an und hebt den Gulli hoch und kippt das Zeug rein bei minus 15 Grad und stinkig und nass und saugkalk und wir haben da rumgeschustert eine halbe Stunde was ich selber in einer Viertelstunde erledigt habe mir war das sowas verzwider dass ich da drei Männer engagieren muss was ich selbst in einer Viertelstunde erledigt habe und ich schließe das Wohnmobil ab kriege einen Stich im rechten Partner Knie das ich humpelte den ganzen Abend aber wirklich die Sache war erledigt und baff kriege einen Stich im Knie also in derselben Sekunde und das war für mich ein sportlicher Selbstzeit Einbruch der drei engagieren muss wie gesagt das ist alles sehr sehr individuell der Morbus Schlatter wenn sie da genau hinschauen da ist ein roter Pfeil der Knochen und da sehen sie so einen Knochensplitter und da sehen sie ein Band eine Sehne und die ist da an der Kniescheibe montiert also angewachsen so und wenn ich jetzt ich kann auch folgenden Selbstwert Inhalt erleiden wenn ich nicht weglaufen kann also dort wo die Muskulatur die braucht zum Weglaufen angreift über die Sehne am Knochen kann ich an der Stelle am Knochen eine Osteolyse haben oder bekommen ich hoffe ich habe das so ausgedrückt dass sie das verstanden haben also wenn ich jetzt nicht festhalten kann die Muskelgruppe wo die Sehne am Knochen angreift an der Stelle Osteolysiert der Knochen und das ist der Morbus Schlatter und Hammer hat unter beiden Knien also eine dicke Beule gehabt unter beiden Knien rechts und links und sein Konflikt war sein Stiefvater der war Pastor übrigens auch also Hammer musste in den Keller runter hinter sich abschließen dem Stiefvater den Stock in die Hand geben und dann wurde er verprügelt die Brüder durften alle Logenplätze einnehmen die durften dem Spektakel beiwohnen und der Stiefvater hat ihn verprügelt er konnte dem Stiefvater gegenüber nicht entfliehen und die Mutter hat quasi auch mehr oder weniger zugeschaut die Mutter hat nicht eingriffen also auch der Mutter gegenüber nicht entfliehen deshalb beidseitig und das chronisch immer wieder und am Ende der Heilung ist der Knochen dicker als vorher und wenn ich da immer wieder durchlaufe wird das dicker 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 das ist auch das Überbein am Handgelenk wenn der Partner fremd geht und immer wieder immer wieder dann kriege ich so ein Überbein das ist das Überbein gut dann mache ich hier Schluss ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Teilnahme ich hoffe es war interessant wieder für Sie würde mich freuen Sie wieder mal begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht Ruhe